Natürlich alle so mit Sabber im Bus, bin ich nach Hause gegangen, Mama, du musst mir jeden Tag Karottensaft machen. Dann hab ich wirklich jeden Tag Karottensaft getrunken ohne Ende. Dann kommt der Shitstorm des Jahrtausends mit den Chinesen so mit dem langen Bart und kommt da da und so und zu, 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 diese Filme. Coach Cecil, herzlich willkommen, brandneues Format und wir haben sehr viele Themen, über die wir heute sprechen müssen. Wir müssen sprechen über all das, was du überhaupt gemacht hast. Profi-Basketballspieler, Nahrungsergänzung, Feuerimmobilienmakler, Personal Trainer in Hamburg, Online-Coachings, alles Mögliche, YouTube-Kanal. Du hast neulich auch auf Instagram angekündigt, dass du dich in Zukunft von den politischen Themen eher distanzierst, dein Content neu ausrichtest. Das heißt, das wird nochmal eine spannende Diskussion sein, weil in den letzten Jahren kam sehr viel Inhalt zu diesen Themen von dir und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also herzlich willkommen zu diesem Video und führ uns mal zurück, wie die ganze Reise für dich gestartet ist. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Profi-Basketballer zu werden? Puh, Profi-Basketballer. Also, es hat angefangen, als ich ein kleiner, dicker, hässlicher Junge auf St. Pauli war. Brennpunkt in Hamburg. Und meine Mitschüler haben mich halt geärgert. Ah, du bist fett, du bist hässlich. Aber eigentlich war ich immer schon so richtig sportinteressiert. Also, mit meinem Bruder habe ich abends auf RTL 2 war das oder RTL nachts dann diese Kung-Fu-Filme mit den Chinesen, so mit einem langen Bart und kommt er da und so. Tu, tu, tu. Diese Filme habe ich mir dann immer reingezogen mit meinem Bruder und dann natürlich klar Muskeln geguckt und so. Und das heißt, ich war eigentlich immer so sehr sportbegeistert. Aber leider, weil ich zu Hause nicht wirklich gute Nahrung bekommen habe und nur Junkfoods zu essen bekommen habe und so weiter, war ich halt fett. Also, ich bin halt ein dicker Junge geworden. Und meine Mitschüler haben dann immer gesagt, ha ha, deine Beine schwabbeln und so. Und ja, dann irgendwann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Also, irgendwann war ein Klick-Moment bei mir. Da hatte ich kaputte Knie. Da war ich mit meinem Gips auf der Couch. So, bin gerade von zu Hause gehumpelt gekommen mit den Krücken und so. Und dann lief da auf einmal dieser Film Rocky. Und ich dachte, was ist denn das? Der kommt aus dem Nichts, genau wie ich. So ein armer Schlucker hat eigentlich überhaupt gar keine Perspektive. Und kämpft sich da jetzt richtig hoch und wird richtig ein toller Sportler. Hat eine Frau, die Leute jubeln ihm zu, die wollen Autogramme von ihm. Da habe ich gedacht, hey, also wenn der das kann, dann kann ich das ja sicher auch. Weil ich bin ja auch so ein armer Schlucker. Und ich komme ja auch hier aus St. Pauli. Ich habe ja auch null Voraussetzungen. Deswegen, ich muss jetzt anfangen mit Sport. So, und ich saß da mit meinem Gips. Und ich sage zu meiner Mutter, ja, Mama, mein Gips, der muss jetzt ab. Und dann sagt sie, wie, der muss ab? Ja, ich muss anfangen mit Sport. Habe ich was verpasst? Für was für einen Sport? Was redest du denn da? Nee, nee, der muss jetzt ab. Ich muss anfangen. Ich wusste noch gar nicht, wer ihr Sport hat. So, und dann bin ich wirklich vorher zum Arzt, zwei Wochen vorher, habe gesagt, hier, der Gips muss ab. Das geht nicht mehr. Ich muss jetzt. Und dann haben die gesagt, okay, wenn du es unbedingt abhaben willst. Dann hat die, ja, Helferin da mir noch, das war damals mit so einer Säge, wirklich so, mit so einem rollenden, und dann hat sie mir noch ins Bein geschnitten zweimal. Und ich so, ah, nee, nee, das ist nur wegen der Reibung. Das ist nur aus. Ich so, nein, du hast mir ins Bein geschnitten. Nein, nein. Und dann hatte ich wirklich noch zehn Jahre Narben davon. Also, die hätten mir wirklich ins Bein geschnitten. Auf jeden Fall ist der Gips dann runter. Und dann irgendwann war ich in der Schule, hat meine Lehrerin gesagt, ja, im Sportunterricht Basketball, oh, du hast ja Talent mit Basketball, bist du im Verein? Und ich so, nee, gibt es das überhaupt? Wo gibt es denn das? So, und dann hat sie gesagt, ja, gibt es. Und dann habe ich das rausgesucht und so. Und dann habe ich halt angefangen mit Basketball. So, und im Endeffekt wäre es eigentlich für mich eigentlich, glaube ich, egal gewesen, welcher Sportart es geworden wäre. Ich wäre Profi geworden, weil ich habe gleich gedacht, okay, das gefällt mir, ich will Profi werden. So, das war klar für mich. Und dann habe ich halt jeden Tag trainiert, jeden Tag trainiert. Und dann, ja, habe ich das halt umgedreht, was sie mir damals immer gesagt haben, ah, du bist fett, du bist hässlich. Und habe trainiert wie ein Verrückter, also wirklich jeden Tag fünf Stunden bei Jahre. Und dann habe ich es wirklich geschafft, schon mit 15 dann, was ja eigentlich nur vier Jahre später ist, in der zweiten Liga zu spielen. Und mit 18 bin ich dann schon in der ersten Basketball-Bundesliga gewesen. Und mit 19 habe ich dann in der ersten Basketball-Bundesliga sogar am All-Star-Game teilgenommen. Das heißt, ich habe das dann relativ schnell, obwohl es wirklich jeden Tag Training war, dann geschafft, meine Vision von damals so in die Realität umzusetzen, dass die Leute mir wirklich zujubeln. Aber das ist interessant, weil du hast im Grunde die erste Aktion gesetzt, bevor du überhaupt wusstest, was das Endziel ist. Das heißt, du warst schon mal Kopf durch die Wand. Genau, ja. Und mit den Zielen ist es ja immer so, du denkst ja nicht, du hast ja eine Vision. Das heißt, du denkst ja nicht, ah, ich will jetzt in der ersten Liga 13 Punkte machen und dazu muss ich so und so auch dribbeln, sondern du hast eine Vision. Ich will dieses Gefühl haben, dass Menschen mich cool finden, dass die sagen so, ey, du bist ja ein heftiger Typ. Wie sich das Kinder halt wünschen. Ein Kind träumt nicht davon, irgendwie ein fetter Playstation-Spieler zu sein, sondern ein Kind träumt davon, ein Superheld zu sein. Stimmt. So, Superman oder He-Man oder Spider-Man. Hey, cool, der kann die Wände hochkrabbeln. Und deswegen, ich hatte die Vision, ich wollte dieser coole Sportler sein. So, und mit sehr, sehr viel Training ist ja immer so, man hat ein Ziel, dann trainiert man jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und dann erreicht man das dann irgendwann, wenn man halt nicht aufgibt. Wenn man nicht Montag sagt, ah, Basketball-Profi ist voll cool und dann am Dienstag, ah, ich will doch lieber Fußball-Profi werden. Das heißt, wenn man dann lange dranbleibt, dann erreicht man dann auch das Ziel. Sehr cool. Und du hast, das Interessante ist ja, du hast es erwähnt, viele Kinder haben diese Vision, diese Träume, aber mit der Zeit lassen sie sich halt irgendwie aus dem Kopf schlagen. Und bei dir war das eben nicht der Fall. Du hast das durchgezogen, bist Profi-Basketballspieler geworden. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, genau. Also bei mir war es eigentlich damals die Motivation so, dass die Leute mich nicht mehr auslachen. Das war so der erste Punkt. Und dann natürlich, während ich Basketball-Profi war, habe ich gedacht, okay, wie geht es denn weiter? Weil Basketball kann ich ja nicht machen, bis ich 70 bin. Das heißt, ich habe ja schon immer darüber nachgedacht, okay, wie geht es dann weiter? Hast du mit wie vielen Jahren schon darüber nachgedacht? So mit Anfang 20, während ich in der Profi-Karriere war, habe ich gedacht, okay, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn ich das auch weitergebe. Das heißt, Personal Training war für mich interessant. Und das war ja damals, das war 2000. Da Personal Training, das war noch so, das war so, als wenn du heute irgendwas über AI redest. Das hat man zwar schon mal gehört, aber du willst jetzt 70 Euro dafür haben, dass du neben jemandem stehst, das ihr zusammen Sport macht. Hast du eine geistige Störung oder so? So, das heißt, das war da schon in meinem Kopf so, ja cool, nach meiner Karriere kann ich das, was ich ja gelernt habe, auch dann weitergeben. So, und dann war das so meine Vision. Und da habe ich natürlich dann auch mich weiterentwickelt und habe mich weitergebildet, habe ein Fernstudium gemacht zur Ernährung, Sportrehabilitation, Fitness und so weiter. Dass ich dann überhaupt verstehe, wie das alles funktioniert wirklich. Weil als Basketball-Profi, ich habe zwar schon früh auch angefangen mit Krafttraining, mit mentalem Training, da können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Aber auf jeden Fall musste ich ja verstehen, wie das alles im Körper funktioniert. Weil man denkt, ja, das ist ein Profisportler, die haben ja voll Ahnung von Ernährung und allem. Ja, genau. Gar nicht. Also Profisportler treffen sich am Wochenende, dass sie irgendwo hinfahren zu einem Auswärtsspiel. Und auf den ganzen Tankstellen in Deutschland treffen sich die verschiedenen Mannschaften. Das heißt Eishockey, Fußball, Basketball. Und die sitzen alle entweder bei McDonalds oder bei Burger King. Ach, krass. Im Bus wird immer nur gefragt, wollt ihr zu McDonalds oder wollt ihr zu Burger King? Wer ist für Burger King? Und das sind Profis. Ja, Profis. Profis. Hey, und wer McDonalds? Hey, okay. Alles klar, gehen wir da hin. So, und was ich damals ja an Potenzial weggegeben habe, dass ich das da noch nicht wusste, das ist krass. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, dann, ich muss das weitergeben. Weil es ist für mich immer gut, Sachen weiterzugeben natürlich. Und deswegen habe ich gedacht, okay, danach mache ich dann Personal Training, wenn ich mit meiner Karriere durch bin praktisch. Interessant. Und das hast du ja alles parallel gemacht. Das heißt, neben dem Profibasketballspielen hast du in der Zeit, quasi in der Freizeit, bist du auf Ernährungsstudium gegangen und allen möglichen Weiterbildungen. Genau. Ich habe immer alles parallel gemacht. Also, es ist ja immer so, dass die Menschen immer denken, ja, aber wenn ich jetzt das mache, A mache, wie kann ich denn dann B machen? Ja. Ja, man kann A und B zusammen machen. Weil man hat ja genug Zeit. Das heißt, neben meiner Schule bin ich von der Schule direkt in die Halle, habe jeden Tag wirklich fünf Stunden, vier bis fünf Stunden trainiert. Jeden Tag über Jahre. So, daneben, als ich dann Profi war, hatte ich, das ist ja auch anstrengend, du trainierst ja auch vier, fünf Stunden am Tag, aber du hast ja auch viel Zeit dazwischen. Und du hast ja die Auswärtsfahrten, wo du dann acht Stunden im Bus sitzt. Und in der Zeit habe ich mich dann weiterentwickelt, weil ich dachte, okay, ich will Personal Trainer werden, ich will auch wissen, wie das hier alles funktioniert mit meinem Körper und so. Und deswegen, ich lerne einfach. Ich lerne, lerne, lerne. Und habe dann immer in den Auswärtsfahrten natürlich alle so, mit Sabber im Bus. Und ich dann mit meinen Büchern so, ey, ich will lernen, ich will lernen. Und das habe ich dann nebenbei gemacht. So, und dann war es auch ein fließender Übergang, weil die letzten Jahre meiner Profikarriere war ich dann noch in Hamburg und habe da auch dann noch Basketball gespielt. Da habe ich dann auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen und so. Und dann war das ein ganz guter, fließender Übergang, dass ich dann mit Personal Training angefangen habe. Und genau, ich habe praktisch immer alles nebenbei gemacht. Und selbst dann später, als ich gesehen habe, okay, Personal Training ist zwar cool, und dann war ich auch sehr erfolgreich im Personal Training. Also in Hamburg, ich hatte immer Stammkunden, immer über viele Jahre, die sind immer bei mir geblieben. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich kann ja nicht ohne Ende Menschen helfen. Das heißt, alle, die bei mir sind, die haben extreme Erfolge. Aber ich kann ja nicht mehr als 10, 15 Kunden haben. Weil wenn jeder zweimal die Woche trainiert, und dann hast du auch noch an unterschiedlichen Orten. Das heißt, es ist ja nicht wie im Büro, dass du acht Stunden sitzt. Wenn du als Personal Trainer drei, vier Stunden hast am Tag, dann bist du eigentlich schon ausgebucht. Weil die Leute trainieren natürlich entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Das heißt, die Zeiten ab sechs bis acht, neun sind voll. Und morgens, vormittags von neun bis elf sind voll. Und das heißt, du kannst ja nicht so viele Menschen erreichen und du kannst auch nicht so vielen Menschen helfen. Und deswegen hat es dann irgendwann einen Klickmoment bei mir gemacht, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Also ich muss mehr Menschen erreichen. Und damals, als ich angefangen habe, da war Personal Training schon so, als wenn ich über, keine Ahnung, Außerirdische spreche. Und dann war danach, als ich dann gesagt habe, okay, ich muss das jetzt im Internet verbreiten, da war ja Internet so, als wenn, was willst du jetzt im Internet? Wie soll das denn gehen? Neuland. Genau, total Neuland. So, und deswegen war das dann für mich der nächste Schritt, dass ich gesehen habe, einmal, ich kann gleichzeitig tausenden Menschen helfen, weil es gibt 130 Millionen deutschsprachige Menschen. So, wenn ich die Frage, möchtest du mehr Gesundheit, einen tollen Körper, möchtest du einen besseren Mindset haben, mehr Selbstbewusstsein und so weiter? Von 130 Millionen sagen 130 Millionen, ja, ich habe nichts dagegen, na klar. So, und das heißt, ich habe einmal gesehen, ich kann viel mehr Menschen helfen, für einen günstigeren Preis, als dass die jedes Mal bei mir buchen, eine Stunde. Natürlich, ja. Und ich kann mich selber komplett befreien, indem ich nicht mehr an Ort und Stelle sein muss, indem ich das skalieren kann und indem ich keinen Chef habe oder keinen Kunden habe, der mir jetzt vorschreibt, ja, morgen trainieren wir. Ich war zwar in Anführungsstrichen selbstständig und frei, dachte ich, aber ich war es doch nicht, weil wenn der Kunde mir gesagt hat, ich möchte Montag trainieren, dann muss ich ja da sein. Ja. So, und das ist natürlich, wenn man das Ganze online anbietet, das ist anders. So, dann musst du nicht Montag, Dienstag an einem bestimmten Ort irgendwo sein und du kannst natürlich auch ortsungebunden das anbieten. Das heißt, das waren zwei sehr, sehr wichtige Punkte für mich. Einmal, dass es viel mehr Menschen hilft und dass es mir auch sehr viel mehr hilft. Das heißt, du hast deine Erfahrung erstmal offline am Kunden gesammelt und das dann später online transformiert. Weil das Interessante ist ja, beim Maximumprinzip, ein Programm, um den Traumkörper zu erreichen, ist es ja so, als ich das durchgegangen bin, habe ich mir dann gedacht, Mensch, ich habe jetzt diese Frage und dann wurde genau diese Frage im Coaching beantwortet. Und jede Frage, die man sich irgendwie stellen könnte, ja, wie viel muss ich essen, ja, was soll ich denn essen und so weiter und so fort, da sind ja alle Fragen schon beantwortet. Ist das die Erfahrung, die du am Kunden gesammelt hast, die daraus entstanden ist oder wie hast du das dann aufgebaut? Ja, genau. Also ich habe ja im Endeffekt 15 Jahre Personal Training angeboten, bis ich ausgewandert bin nach Dubai und da kennt man natürlich die Sachen. Also es ist ja irgendwann immer das Gleiche. Du weißt ja ganz genau, was als nächstes kommt. Deswegen ist es ja auch bei den YouTube-Videos immer so gewesen, dass, ich habe ja am Anfang immer so diese zwei Charaktere gemacht, ein Schwarz-Weiß-Männchen und ein, weil ich höre schon, wenn ich irgendwas erzähle, das ist auch der Grund, warum ich immer so ausschweife wie jetzt gerade. Ich höre ja schon die Fragen. Ich höre ja schon, ja, aber Cecil. So, und deswegen beantworte ich das dann schon. Und das war natürlich in dem Coaching auch so, dass alles das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, mit ohne Ende Kunden über die ganzen Jahre und wie ich ganz genau weiß, wie man einen tollen Körper hat und wie man sich ernährt und der Mindset und so, ich weiß die ganzen Sachen ja schon. Das heißt, wenn ich das alles in einem Programm zusammenfasse und die ganze Information haben, dann sparen die natürlich einmal ohne Ende Geld und sie können sich das immer wieder angucken. So, und das ist natürlich das Wichtige, weil wir wissen das ja, der Mensch ist nicht ganz so schnell mit dem Lernen. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein chinesisches Wort sage, du guckst das an und sagst, kann ich aber nicht. So, und ich lasse es dir aber hier und du versuchst einen Monat, das immer wieder zu machen. Du kannst nach einem Monat, kannst du es immer noch nicht perfekt. Das heißt, der Mensch braucht die Wiederholung so dringend. Und wenn ich jetzt einen Personal Trainer buche für 80 Euro die Stunde und der sagt dir das, den musst du ja 500 Mal buchen, dass es wirklich sitzt. Ja. So, und das sind halt die ganzen Vorteile, wie man online das machen kann und dann das wirklich besser im Kopf bleibt und man selber nochmal alles nachlesen kann, nachgucken kann und so. Und deswegen sind die Erfolge phänomenal. Und ich bin echt mega happy, dass ich mittlerweile mehr als 30.000 Menschen helfen kann. Weil das ist ja im Endeffekt das, wie es bei mir gestartet hat. Weil ich wurde beleidigt als fetter Junge. Ja. Ich habe jetzt mit 44 ein 8-Pack. Ja. So, nicht 6 ist langweilig. 8. Und die kann man alle sehen. So. Mein Sohn hat neulich gesagt, Cecil, wie viele Packs hast du? Und dann hat er gezählt. Und weil auf dem Muskel so eine Welle ist, ist er dann auf 27 gekommen. Das heißt, mein Ziel war es ja, das weiterzugeben. Also, wie kann ich anderen Menschen helfen, dass sie sich besser fühlen, dass sie mehr Selbstbewusstsein haben. Und deswegen, diese ganzen Nachrichten sind natürlich, diese ganzen Feedbacks, die ich über die Jahre bekommen habe, sind natürlich extrem. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil du hast so extrem viele Feedbacks. Also, wenn man sich deine Feedbacks ansieht, dann denkt man, das ist ja eine endlose Schlange an Vorher-Nachher-Bilder und alles Mögliche. Und das Interessante dabei ist ja, dass die Leute, die Coachings machen, jetzt nicht nur Geld sparen, sondern sie sparen auch extrem viel Zeit. Weil denk mal drüber nach. Jetzt hast du das Beispiel gebracht mit dem Personal Trainer. Sagen wir mal, ein Personal Trainer bringt dir eine Übung bei und du sagst, okay, jetzt brauche ich den nicht mehr, er hat mir die Übung gezeigt und dann machst du drei Jahre lang die Übung, aber du machst sie falsch. Und dann denkst du, ja, aber guck mal, ich habe ja durchgehalten, ich habe ja Gas gegeben, ich habe dies, ich habe jenes gemacht, aber das Ergebnis ist nicht da. Und das Interessante ist halt, dass sie sich Zeit sparen und Geld sparen, weil sie es von Anfang an richtig machen und vor allem in der Konsistenz, in der es notwendig ist. Und das ist dann auch mein nächster Punkt schon, weil du sprichst extrem viel über Mindset. Egal, wo man dich sieht, auf YouTube, auf Instagram, in den Coachings, wenn man mit dir persönlich einfach so spricht, sprich, dann sprichst du immer wieder vom Mindset. Was hat das denn mit diesem Mindset auf sich? Ja, der Grund, warum ich immer dieses Mindset-Thema anspreche, ist, weil es einfach das Wichtigste ist. Also, ich höre auch immer bei meinen YouTube-Videos und überall in den Coachings, ja, Cecil, ja, aber du redest ja immer nur von Mindset. Ja, aber was soll ich denn jetzt genau machen? Du wiederholst dich ja. Ja, ja, weil der Mindset, das ist ja das Wichtigste. Mindset ist wichtiger, als irgendwelche technischen Sachen umsetzen können, als irgendein Wissen, weil mit dem Mindset, der Mindset bringt dich ja dazu, dass du nicht aufgibst und immer weitermachst, weil das Problem ist immer allgemein bei Menschen, dass sie nicht weitermachen. Ja. Das ist das größte Problem. Und wie waren meine ersten Erfahrungen, also meine allerersten Erfahrungen waren praktisch, als ich selber Profi-Basketballspieler war und wir haben damals in der zweiten Liga mentale Coaches zur Seite bekommen, also ich habe Einzeltraining in Anspruch genommen. Da war das das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde und mir jemand irgendwas gesagt hat, und du kannst das beeinflussen, wie gut du spielst. Und bei mir war es immer so, wenn mir jemand sagen kann, wie ich besser werde oder wie ich größer werde oder so. Einer mal aus der zweiten Liga-Mannschaft, Herrn, da war ich 13, 14, der hat mir gesagt, du musst jeden Tag Karottensaft trinken und dann wirst du größer. Und ich so, was? Bin ich nach Hause gegangen, Mama, du musst mir jeden Tag Karottensaft machen. Da habe ich wirklich jeden Tag Karottensaft getrunken ohne Ende. Das heißt, wenn mir jemand gesagt hat, so wirst du besser, dann habe ich immer sofort gesagt, was, wie jetzt, sag ich jetzt schnell. So, und dann habe ich dieses mentale Training in Anspruch genommen und die haben mir sehr plausibel verklickert, dass das natürlich alles Mindset ist. Weil, sagen wir mal, du hast einen Tag, wo du extrem gut bist. Also du triffst alles und du denkst, hey, heute geht sowieso alles rein. Und du hast einen anderen Tag, da nimmst du 20 Würfe und einer geht rein, wo du denkst, sag mal, ist der Korb, der muss heute auf jeden Fall kleiner sein. Und wenn du natürlich vor 8000 Menschen in Berlin spielst, in der großen Halle und du schießt schon die ersten sieben Würfe daneben und alle lachen dich schon aus, 8000 Leute, dann musst du natürlich einen guten Mindset haben, dran zu bleiben, weiterzumachen und vor allen Dingen, dich wieder in die Situation reinzubekommen, wo du dich gut fühlst. Wir kennen das alle, es ist nicht nur beim Basketball, sondern manchmal hat man einen Vortrag vor der Klasse und da denkt man, hey, ich war so überzeugend heute. Wow, alle gucken mich an, oh, du bist voll gut. Und manchmal denkst du so, oh, heute, alle lachen, alle so voll Banane, was der redet und du würdest als Liebstes als eine Maus aus dem Fenster springen. So, das heißt, was ist es genau? Wo ist der Unterschied? Weil du bist ja du. Also, mal gehst du in den Geburtstag rein und bist der Coolste und du denkst, hey, geil, die finden mich alle voll cool. Mal finde ich alle voll scheiße. Wo ist der Unterschied? Und der Unterschied ist im Mindset und in der Körperhaltung und in dem, wie du dich bewegst. Das heißt, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wie bewegst du dich, wenn du gut drauf bist? Du bewegst dich anders, wenn du gut drauf bist, als wenn du schlecht drauf bist. Wenn du schlecht drauf bist, machst du eher ein Handtuch drüber, hier so, gar nicht klatschen. Wenn du gut drauf bist, hast du die Brust hoch, dann feuerst du deine Mitspieler an, dann siehst du auch mehr Bilder. Das ist wie bei einer Kamera. Wenn du einen guten Tag hast, dann kannst du mehr Bilder sehen. Wenn du einen schlechten Tag hast, beim Basketball zum Beispiel oder beim Sport, dann denkst du, das Spiel, wieso? Ist doch noch erste Halbzeit oder nicht? Nee, nee, das Spiel ist vorbei. Was? Das Spiel ist vorbei? Weil du hast nicht so viele Bilder gesehen in der Zeit. Interessant. Ja, das heißt, wir haben so viele verschiedene Techniken gemacht, dass man aus egal welcher Situation in die gute Spielsituation wieder reinkommt. Das heißt, ich war dann damals wirklich ein Spieler, ich war immer so ein Spieler, ich konnte heiß laufen. Und jeder wusste, wenn ich heiß laufe, das ist schlecht, weil ich kann ohne Probleme drei, vier, drei Punktewürfe innerhalb von drei Minuten, vier Minuten reinknallen. Wusste jeder. Also das heißt, auch wenn ich ein Spiel komplett schlecht war, so wirklich grottenschlecht, die haben mich nie abgeschrieben, weil ich wusste, okay, ich muss auf meine Situation, ich muss warten, ich muss warten, und dann habe ich mir die ganze Zeit mich verhalten, als wenn ich ein gutes Spiel habe, alle angefeuert, ich dachte so, hey, ich bin voll gut heute, damit habe ich alles verfehlt und dann bumm, dann klappt es auch einmal. So, und das ist, ja, wichtig im Basketball, aber natürlich auch wichtig im Leben allgemein. Und erst darüber, und das mache ich jetzt wirklich schon mit dem Mentalen, seit ich 18 bin, das heißt 26 Jahre, man kann mit diesem Mentalen, und deswegen habe ich da auch damals auf meinen YouTube-Videos immer gesagt, Mental ist alles, weil Mental ist alles, weil egal, ob du ein Business aufbauen willst, egal, ob du Beziehungen hast, das Mentale ist alles. Bist du jemand, der sagt, ach, der Typ, der hat schon wieder den Klodeckel nach dem Pinkeln oben gelassen, was soll denn das, der respektiert mich gar nicht, ich trenne mich nach einem Monat. Und das machst du die nächsten 27 Beziehungen. Das heißt, es ist im Endeffekt alles mental. Wie gehen Ehepaare damit um, die 40 Jahre zusammen sind und glücklich? Reagieren die genauso auf den Klodeckel oder reagieren die anders? Das heißt, das war der Start für mich, ohne Ende, wieder wie im Mannschaftsbus damals, zu lesen, zu lesen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und diese ganzen mentalen Techniken zu erlernen und natürlich, klar, wie es ja immer dann so ist, auf meinem YouTube-Kanal versuche ich das natürlich dann auch wieder. Weil im Endeffekt, auf meinem YouTube-Kanal, auch wenn es komplett verschiedene Themen sind, geht es eigentlich immer nur um eine Sache. Und zwar darum, den Menschen zu helfen. Also das, was ich gelernt habe, ich war fett, hässlich, einmal in der Realschule, ich glaube, wir waren in der 8. Klasse oder so, haben die Mädels so eine Abstimmung gemacht. Wer ist der hässlichste in der ganzen Klasse? Und da waren echt hässliche Jungs. so dicke, so Klamotten, so falsch. Und die haben mich als hässlichsten gewählt. Oh Mann. Und das sind so Sachen, da sage ich, okay, wenn wir jetzt heutzutage noch mal abwählen, ich wäre bestimmt nicht der Allerhässlichste. Ja. Das heißt, diesen Schmerz, den ich damals selber erlebt habe, den will ich immer weitergeben. Das heißt, es ist egal im Endeffekt, ob es um Körper geht, um Beziehungen. Ich hatte auch eine Beziehung, das war der Horror. Also das war, als wenn du Lucifer mit, was heißt, mit Skeleton von He-Man kombinierst. Also wirklich schlimm. Ja. Und das hat mir aber im Endeffekt auch wieder so doll geholfen, wie noch nie, weil ich dann auch im Bereich Beziehung viel besser lernen konnte, verstehen konnte und so. Das sind alles Sachen, die lernt man und dann wird man besser. Ja. Das habe ich verstanden. in der ganzen Zeit. Und dann mit dem, was ich gelernt habe, ist natürlich immer mein Ziel, den anderen Menschen zu helfen. Ja. Wie können die anderen Menschen einen tollen Körper haben? Wie können sie finanziell unabhängig werden? Wie können sie tollere Beziehungen haben? Und das sind immer Themen, die mich interessieren. Also, ich mache meinen YouTube-Kanal, ich habe ja niemanden, der mir sagt, hey, Cecil, jetzt musst du aber jetzt darüber berichten. Weil die Sachen werden auch für mich zu langweilig. Ja. So, weil wir entwickeln uns ja als Mensch weiter. Ich bin mit 44 nicht mehr da mit meinem Mindset, wo ich mit 19 war. Ja. So, das heißt, ich kriege immer die Fragen so, ja Cecil, du hast ja lange nicht mehr Übungen gemacht. Mach doch mal die 593. Bankdrück-Tutorial-Übung. Und da sage ich, nein, das mache ich nicht, weil die Zeit ist vorbei. Ja. Das heißt, Bodybuilder als Beispiel. Mhm. Wie wirst du erfolgreich? Arnold Schwarzenegger wurde immer gefragt, ja, wie hast du denn so viel Muskeln gekriegt? Willst du es wirklich wissen oder fragst du nur so? Weil wenn du nur so fragst, bräuchst du nicht zu beantworten, weil du machst es ja eh nicht. Weil die Leute wollen es ja nicht wirklich wissen. Ja. Willst du wirklich wissen, wie er jeden Tag sechs Stunden trainiert hat, seine Pinkel aufgefangen hat und gedacht hat, okay, jetzt kann ich so und so viel trinken, weil so und so viel habe ich ausgepinkelt. Heftig. Willst du wissen, wie er Bankdrücken gemacht hat und auf die Bank gekotzt hat? Willst du es wirklich alles wissen oder fragst du nur so? Ja, Sessi, wie wird man finanziell frei? Welchen Meme-Coin soll ich denn jetzt kaufen? Willst du es wirklich wissen, was du alles machen musst oder fragst du nur so? Ja. So, und das ist mit den Übungen genauso. Ja, ich habe genug Sportübungen. Mhm. Bodybuilder machen fünf Übungen. Bankdrücken, Klimmzüge, Beinpresse, ist recht. Wenn du das jeden Tag machst, über Jahre, bis du an die Kotzgrenze gehst und dann guckst, dass du genug futterst, du brauchst nicht die 97. Tutorial-Bankdrückübung. Das heißt, da muss man weitergehen. So, und deswegen ist es auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel auch so, dann ist es mal das Thema, dann mache ich dazu Videos und dann auf einmal sind es Finanzen. So, und dann auf einmal ist es über Immobilien, weil ich habe in Hamburg, bevor ich ausgewandert bin, habe ich ein Immobilien-Business aufgebaut. Das heißt, da habe ich genau das gleiche Prinzip angewendet, wie ich es immer anwende. Ich habe ein Ziel, dann sehe ich, okay, alles klar, das ist mein Ziel. Was mache ich jetzt, dass ich das Ziel erreiche? So, finde ich jemanden, der mir das beibringt oder finde ich Bücher oder finde ich Informationen, wie man das jetzt genau macht? und dann wie im Bus, im Mannschaftsbus, lese ich, die ganze Zeit, dann laufe ich ein Jahr lang zur Zwangsversteigerung, ohne was zu kaufen. Ein Jahr lang bin ich jeden Tag da hingelaufen. Zweimal die Woche saß ich da im Amtsgericht und alle denken so, was macht der denn da? Der Glatzkopf mit der Jogginghose. So, aber ich wollte das Wissen mir ansammeln, wie läuft das ab, wenn jemand bietet, was passiert dann mit dem Zuschlag? Wann muss man dann bezahlen? Diese ganze Zeit. Das heißt, Erfahrung sammeln. Das heißt, ich habe ein Ziel, dann suche ich, wer kann mir das beibringen oder wo kriege ich die Information? Dann trainiere ich das jeden Tag über Jahre und dann habe ich Erfolg. So, und das war mit dem Immobilienbusiness dann genauso, dass ich wirklich nach ein, zwei Jahren immer zur Zwangsversteigerung hinlaufen, dann habe ich irgendwann eine ganz, ganz kleine Wohnung gekauft noch von meinem Gesparten vom Basketball. Dann habe ich die saniert. So, ganz günstig saniert, so wie es ging irgendwie noch, gar keine Erfahrung gehabt, Handwerker gesucht, also wirklich so richtig bei Null angefangen. Und dann habe ich die dann verkauft, also für irgendwie, ich glaube, 6.000 Euro mehr oder so. Und dann die nächste, und dann die nächste, und dann mehr Erfahrung gesammelt, aus der Zwangsversteigerung, und dann auf einmal war ich an einem Objekt dran, wo ich dann auf einmal 100 Wohnungen vermakelt habe, und da auch wieder, dann hatten wir in dem Objekt so viele verschiedene Sachen mit, boah, dann waren da Asbestgutachten, weil das ein Haus aus den 70er Jahren war, dann hatten die Mieter ein Vorkaufsrecht, dann, nee, nicht die Mieter, die Stadt hatte auch ein Vorkaufsrecht, die Mieter hatten einen Kündigungsschutz von 10 Jahren. Boah, da waren also so ziemlich alle Sachen, die man sich hätte vorstellen können, waren in diesem Objekt. So, aber im Endeffekt ist es, um nochmal zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, das, was in meinem Leben gerade relevant ist, darüber mache ich dann Themen, weil ich denke, dass ich dabei auch sehr viel helfen kann, wie zum Beispiel auch finanzielle Freiheit. So, es ist wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel im Video A sage, guck mal, ernähre dich mal gesund, iss mal nicht den ganzen Dreck, den du im Supermarkt siehst, so, dann kauf mal irgendwie ungespritztes, gutes Bio-Gemüse und dann gehst du in den Markt, okay, Cecil hat gesagt, ich muss Bio-Gemüse kaufen und dann siehst du einen, so einen Blumenkopf, Kohl da irgendwie, 9,50 Euro und dann denkst du, ja, aber Cecil, wie soll ich das denn machen? Genau. So, das heißt, es ist ein roter Faden. Es ist nicht nur gut fühlen, Gesundheit, Ernährung, sondern es ist auch Mindset, weil nur über den Mindset kann man überhaupt finanzielle Freiheit erreichen, dass man dann sagt, okay, ich möchte mir finanzielle Freiheit aufbauen, damit ich mir gesunde Sachen kaufen kann. Ja. Weil der Mindset, gerade im Geldverdienen, ist ja heutzutage so schlimm, dass die Leute zum Teil nicht mal wissen, dass Geld wichtig ist. Ja, ja, es ist schlecht. Es ist sogar schlecht. Ja. Was, du willst, Geld, oh, nee, du bist ja, also nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so ein schlechter Charakter bist. So, aber wenn ich dann sage, wenn du dich gesund ernähren willst, brauchst du mindestens, keine Ahnung, 1.000 Euro am Tag oder im Monat. Ja. So, und ja, wo kriegst du das denn her? Nur für Essen. So, das heißt, es ist alles so eine Kombination. Man muss in allen verschiedenen Bereichen sich weiterentwickeln, dass man sich dann befreien kann. Und vor allen Dingen, und das ist ja mit das Wichtigste, dass man nicht mehr abhängig ist von irgendeiner Person oder irgendeinem Chef. dass der einem sagt, hey, hör mal zu, komm mal morgen dahin zur Arbeit. Hey, will ich nicht. So, und auch beim Personal Training zum Beispiel, obwohl ich ja frei und selbstständig war, bin ja mittlerweile auch 25 Jahre selbstständig. So, und selbst beim Basketball war es zwar angestellt, aber es war ja nicht so wirklich selbstständig, dass ich da einen Trainer hatte, der halt immer rumgeschrien hat, aber ja kein Chef, der gesagt hat, sei morgen um 8 Uhr da. Das heißt, ja, diese ganzen Sachen möchte ich einfach weitergeben. Das macht auch Sinn, weil eine Kernaussage vom Mindset-Thema war jetzt im Grunde, dass du das nicht akzeptieren musst, dass das Leben einfach so passiert, sondern du kannst der ganzen Sache eine Richtung geben. Und das ist ja die Basis, damit man überhaupt mit den Themen Gesundheit, Business, Beziehungen, etwas machen kann, weil ansonsten passiert das einfach nur und du lebst das halt, passiv so da. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen gegen die Mainstream-Richtung geht, wenn du den Leuten so etwas erzählst, so von wegen, hey, du kannst selbst entscheiden, in welchem Land du lebst. Hey, du kannst selbst entscheiden, ob du einen Job haben willst oder selbstständig sein möchtest. Du kannst das alles selbst machen. Und du hast ja auch schon die eine oder andere Konsequenz davon zu spüren bekommen, unter anderem auch auf YouTube. Erzähl mal, was ist da passiert? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also im Grundsatz, ich habe es jetzt gerade so eingestellt, bei meinen Reels zum Beispiel auch, dass ich die Kommentarfunktion ausgestellt habe, weil ich kenne das. Wenn ich jetzt zum Beispiel politische Videos poste und meckere und sage, hey, der Politiker hat ja voll keine Ahnung und der hat das gemacht und so, dann stimmen alle zu. Ja, der ist ja voll ätzend und du kriegst tausend Kommentare und ich muss eigentlich gar nicht lesen, weil ich weiß sowieso, von tausend Kommentaren regen sich tausend auch drüber auf und stimmen mir zu. Ja. Aber sobald ich umswitche und sage, hey, hör mal zu, du kannst dich da und da in dem Bereich weiterentwickeln und zum Beispiel tollere Beziehungen haben oder mehr Geld verdienen, dann kommt der Shitstorm des Jahrtausends. Ja, ja. Wo ich denke, Moment mal, ich habe ein Immobilienbusiness aufgebaut, Nahrungsergänzung verkaufe ich europaweit, ich habe Infoprodukte, ich bin ausgewandert, ich habe diese Sachen, ich habe mit 44 ein 8-Pack, ich kann dir ja sagen, wie das funktioniert. Ja. Ich mache das nur so für dich, weil ich muss das Video nicht unbedingt jetzt drehen. Ja. Das ist ja das Lustige, ich muss das nicht mehr machen. Das heißt, ich könnte auch gar kein Video drehen und ich könnte einfach von meinen Einnahmen, von Immobilien, von Aktien und so weiter, ich könnte einfach von den Einnahmen leben und gar nichts machen. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Weil das Lustige ist immer, dass alle Menschen immer denken, die reichen Menschen machen alles für Geld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Warren Buffett sehe, der hat, keine Ahnung, 100 Milliarden. Ja. Wenn du 100 Milliarden hast, dann hast du alleine an Dividenden 10 Milliarden jedes Jahr. Das heißt, jeden Monat eine Milliarde. Der muss nicht mehr irgendwo sitzen und ein YouTube-Video umsonst drehen. Genau. Nur die Leute, die nicht finanziell frei sind, denken ja, dass die Leute, die viel Geld verdient haben, dass die alles für Geld machen. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Weil die müssen es ja nicht. Ja. Also jeder eigentlich, und davon gibt es ja Millionen Menschen, die mindestens zwei, drei Millionen auf dem Konto haben, das wären dann an Dividenden, sagen wir mal, wenn es schlecht läuft, keine Ahnung, bei drei Millionen hast du 300.000 jedes Jahr. Mhm. Das sind 20.000, 30.000 jeden Monat. Ja. Du musst nicht mehr unbedingt was machen. Perfekt, ja. So, und deswegen, ich mache das ja, weil ich diese, ja, Motivation habe, dass ich das Leben von so vielen Menschen wie möglich genauso positiv beeinflusse, wie es bei mir funktioniert. Ja. So, und deswegen sage ich dann die Sachen, aber das ist dann, so wie du es gesagt hast, da kriegst du den meisten Shitstorm dagegen. Mhm. Wo ich denke so, so, dann kommt zum Beispiel, du kennst das, äh, was hat denn dieser Glatzkopf da? Ja, der ist ja voll Quatsch, was der da redet. Wie sieht der denn aus? So, und das, das sind immer so Punkte, wo ich mir denke, warum gibt es da, ja, Gegenwehr? Also, im Grundsatz wollen die Menschen eigentlich immer eher, egal was es ist, die schreien immer eher danach, sich komplett verarschen zu lassen. Mhm. Also, wenn es jetzt zum Beispiel ist, abnehmen. Ja. Wie läuft der Stoffwechsel? Was musst du für Sachen essen, die nicht die Fettverbrennung unterbinden? Was musst du für Sachen essen, die den Stoffwechsel anregen? Da gibt es sehr, sehr viele Tipps. Cecil, ich habe die neue Pille da, aus den USA. Die ist gerade, hallo, da ist eine neue Studie, haben die gesagt. Die ist gerade neu angekommen. Cecil, ist diese Pille gut? Ich sage so, nein, genau wie die letzten 500.000 Pillen in den letzten 40 Jahren ist die auch nicht gut. Nee, das glaube ich nicht. Ich versuche die Pille. Ich rede über Finanzen. Ich mache zwei Jahre ein Video über Finanzen auf YouTube. Ich sage, okay, Finanzen, schön und gut. Bitcoin, Krypto, alles schön und gut. Das einzige Problem an jedem ETF, an Gold, an Bitcoin ist, du kannst es nicht kontrollieren. Ja. So, wenn du in Japan zum Beispiel, vor zig Jahren gesagt hast, hey, ich investiere jetzt in den Markt hier. Ja gut, aber 40 Jahre ist immer noch nicht da, wo er vor 40 Jahren war, als Beispiel. So, das heißt, du kannst es ja nicht kontrollieren. Das heißt, ich sage immer als erstes, bei jedem Finanzvideo, habe ich immer gesagt, das Wichtigste ist aber nicht jetzt, ob der Bitcoin-Preis hoch oder runter geht, sondern das Wichtigste ist, dass man selber sich eine Einnahmequelle aufbaut, die man kontrollieren kann, weil umso besser ich werde, umso mehr kann ich ja verdienen, weil ich dann weiß, okay, wie schalte ich Werbung, dies, das. Das heißt, ich werde ja besser und das kann ich kontrollieren. Und deswegen ist es wichtiger, sich das Wissen anzusammeln, genauso wie bei Ernährung, wie bei Mindset, wie bei allem Körper. Es ist wichtiger, sich das Wissen anzusammeln, damit man dann ein Business aufbaut, dass man dann, wenn man genug Geld bekommt, dann kann man anlegen. Ja. Okay, Cecilia, habe ich verstanden, aber welchen Meme-Coin soll ich denn jetzt kaufen? Es ist gerade der Elon Musk 1500 Chip-Coin 2.0 rausgekommen. Soll ich den jetzt kaufen? Ich habe 1000 Euro und will Millionär werden. Soll ich den jetzt kaufen? Nein, du sollst dir Wissen ansammeln. Ja, ja, okay, habe ich verstanden, aber soll ich den jetzt kaufen? Naja, du sollst dir Wissen ansammeln, weil auch wenn du dir Wissen ansammelst, dann weißt du es ja. Ja. Das ist ja das Ding, was ich jeden Tag, weil ich lese ja über 10 Jahre jetzt ungefähr, jeden Tag ungefähr 400, 500 Kommentare und Nachrichten. Cecil, was ist das beste Investment? Das beste Investment ist in Wissen. Ja, ja, schon klar, aber Aktie soll ich jetzt kaufen? In Wissen ist ja, du weißt ja dann, welche Aktie du kaufen musst oder welchen Shitcoin du kaufen musst oder was du machen musst. Das heißt, das unterschätzen immer alle. Und das ist das Wichtigste. Genau, und da bin ich immer noch drauf und dran, das weiter zu erklären. Und was der zweite Teil deiner Frage war, war eigentlich so, ob ich mich mal in unsichere Wasser begeben habe, weil ich natürlich politisch immer, immer praktisch gegen den Strom schwimme. Und ab 2020, ab dieser netten Geschichte, die da kursiert ist. Da gab es ja mal was. Da gab es ja mal was, so und da habe ich auch als, mit einer der Ersten, ich habe mein erstes Video dazu am 20.02.2020 gedreht. Ja, ist ganz früh, ja. Da habe ich ein 45 Minuten Video gemacht. Ja. Bill Gates, dies, das, alle so. Cecil, Kommentare geschrieben, Cecil, Bill Gates, bist du jetzt irgendwie abgedriftet oder was redest du denn überhaupt da? Ja. Die wussten überhaupt nicht, was ich meine. Ja. So, und dann war natürlich, diese Phase ging natürlich dann weiter und wir haben es ja alle mitbekommen, wie alle dann zu Hause bleiben mussten und so und ich habe das alles beobachtet und ich habe dazu meine Videos gemacht und ich habe im Endeffekt, wenn es jetzt um politische Sachen geht, auf meinem Kanal. Ich habe immer so eine Herangehensweise. Ich versuche das so lange zu erklären und wenn ich irgendwann denke, okay, jetzt ist es, es reicht. Ja. Zu dem Thema, ja. Wie zum Beispiel Bankdrücken, ich habe jetzt schon 40 Videos zum Bankdrücken. Ja. Da kommt jetzt nichts Neues mehr. Oder Ernährung. Ich habe schon jetzt 50 Videos zur Ernährung, welche Produkte den Stoffwechsel anregen, was für die Fettverbrennung, ich habe das schon. Mhm. Dein Stoffwechsel ändert sich in den nächsten drei Millionen Jahren nicht. Das heißt, wir können in drei Millionen Jahren neue Videos aufnehmen. Ja. So. Wenn der Mensch dann adaptiert ist, den ganzen Tag Junkfood zu essen, dann können wir nochmal neu gucken. Aber jetzt gerade ist es nicht so. Ja. So, das heißt, ich gehe zu einem gewissen Grad und dann auch mit dieser Geschichte da damals, wo es da um die ganze Vermummung des Gesichts ging und diese ganzen Sachen. Die Gesichtsmindel meinst du, ja. Genau. So, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, ich habe, es reicht. Ich habe genug Videos dazu gemacht. Ja. So, und ich bin natürlich echt happy, dass mir so viele Menschen, also wirklich jeden Tag habe ich die Nachrichten gekriegt, Cecil, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast und so weiter. Aber irgendwann ist dann ein Punkt, okay, dann reicht es. Zu dem Thema reicht es dann. So, oder jetzt auch die ganz aktuellen Situationen. Ich will da jetzt gar nicht natürlich zu tief reingehen und so, aber du läufst dir immer so gegen diesen Mainstream und wenn es nach zweieinhalb Jahren Konflikt immer noch heißt, ein komplett unbegründeter Angriffskrieg, also unbegründet. Ja. In jedem Bericht, jedes Mal. Mhm. Und man sich nicht einmal die, und ich mache darüber Videos. Ja. Und alleine dieses Wort unbegründet aus dem Nichts. Mhm. Wenn man da nicht irgendwie mal so ein bisschen, sich da ein bisschen mehr Wissen zu aneignen will, oder gar nichts will, dann bin ich irgendwann so an dem Standpunkt angekommen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt zwei Jahre ganz genau erklärt, was da los war. Ich habe damals auch ganz genau erklärt mit den Sanktionen, dass das alles nach hinten losgeht. Mhm. Als der Konflikt startete, Russland, Ukraine, habe ich Videos gemacht. Mhm. Gehen die Sanktionen nach hinten los? Ist das eine Selbstmordaktion? Habe ich alles gemacht, Ja. Bevor es gestartet ist. Zur Inflation habe ich ganz genau gesagt, Geld drucken ohne Ende. Es wird zur Inflation kommen. Und so weiter. Ich habe alles vorher gesagt. Genau. Und dann irgendwann ist dann der Zeitpunkt, dass ich sage, okay, jetzt kümmere ich mich wieder um andere Sachen. Und dann, wenn jetzt das nächste große Thema aufkommt, dann werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Videos zu machen. Mhm. Aber im Endeffekt, habe ich, so ein Reel gesehen. Und lustigerweise war das wirklich ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, stimmt, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Und zwar hat er gesagt, Bienen erklären Fliegen nicht, warum Honig besser ist als Scheiße. Ja. Interessant. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen, weil, guck mal, wenn du jetzt ein bestimmtes Ergebnis erreicht hast, und das sieht man, ob das jetzt Körper ist, ob das jetzt Business ist oder sonst was. Und jetzt kommt jemand zu dir und fragt dich, ja, wie erreiche ich dieses Ergebnis? Und du sagst, das ist der Weg zum Ergebnis. Dann sagen sie, ja, ja, schon klar, aber, aber, und ich habe hier meine eigene Philosophie, mein eigener Weg. Was ist denn der ausschlaggebende Punkt, warum Menschen so sind? Ist es etwas Internes, wo du auch keine Chance von außen hast, die zu beeinflussen? Oder ist es so, dass sich Menschen durch die richtigen äußeren Impulse auch auf den richtigen Weg leiten lassen? Weil es kann ja nicht sein, also es ist ja das Unlogischste auf der Welt, wenn du jemanden fragst, der ein Ergebnis erreicht hat, wie man dieses Ergebnis erreicht hat, und er sagt es dir, dass du dann auch noch sagst, sagst, ja, aber ich will es anders machen. Oder, nee, das funktioniert für mich nicht. Also das Gute ist, man erreicht ja trotzdem viele Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mehr als 30.000 Menschen geholfen, dann hört sich das erstmal viel an, aber natürlich ist das trotzdem nur 0, irgendwas Prozent von den Menschen, die meine Videos jetzt zum Beispiel gesehen haben. Das heißt, das ist natürlich ganz viel Manipulation seit Kindergarten von den Eltern. Ja, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, das sagst du deinem Kind 50 Jahre. Und ja, wieso? Alkohol trinken, das ist doch normal. Ja. Wieso sich zu vergiften, das ist doch normal. Was? Ceci, hast du gesagt, du trinkst gar kein Alkohol? Nicht mal am Wochenende. Gar nicht? Nein, ich vergifte, ich sage immer, ich vergifte mich nicht selber. Also ich packe nicht bewusst Gift in meinen Körper, das mache ich nicht. Ja komisch, seit wann denn? Ja, ich trinke gar nicht. Ja, nicht mal zu deinem Geburtstag. Also es ist wirklich für Menschen so schwer zu verstehen, dass man sich nicht selber vergiftet. So und die Basis von meinem gesamten Erfolg ist eigentlich egal wie, es ist nicht komplex. Es ist so einfach. Das Schwierigste ist einfach zu denken. Ja. Interessanter Punkt. Will ich gesund leben, dann trinke ich kein Alkohol? Nein, nie. Und rauche auch nicht? Nie. Dann esse ich auch kein Junkfood. Dann esse ich keine Süßigkeiten von morgens bis abends. Ja Cecil, aber so ein bisschen, aber und Sabine, gibt das ihren Kindern doch auch von morgens bis abends. Ja, Sabine ist egal. Ja. So, das heißt, das Wichtigste und deswegen fängt es immer mental an, ist, ich muss wissen, okay, was tut meinem Körper gut? Was ist gut fürs Business? Was ist gut fürs Geld verdienen? Was ist gut für Beziehung? Und dann mache ich das über einen langen Zeitraum immer wieder. Und ich kontrolliere mit meinem Gehirn meinen Körper. Und nicht andersrum. Ich bin doch kein Sklave von meinem Körper. Ja, morgens aufstehen, in der Wecker klingelt. Ja, die drehen sich noch 97 Mal um. Die stellen den Wecker um 7, 7 Uhr 1, 7 Uhr 2, 7 Uhr 3 und immer wieder. Das ist schon vorprogrammiert. Ich bin undiszipliniert, deshalb muss ich mir den Wecker tausendmal stellen. Ich bin doch nicht Sklave von meinem Körper. Wenn ich den Wecker höre, ich bin original zwei Sekunden später im Badezimmer, weil ich diskutiere nicht. Es gibt keine Diskussion. So, und das heißt, wenn man in verschiedenen Bereichen erfolgreich sein will, dann ist es einfach. Du musst einfach nur gucken, was für ein Ziel hast du, dann wen findest du, der das Ziel schon erreicht hat und dann, wenn er dir was sagt, dann machst du es einfach. Guck mal, und ich bin zum Beispiel extrem erfolgreich da drin, dass ich wirklich weiß, wie man komplett unabhängig Geld verdient. Das heißt, dass man keinen Chef hat. Ich habe den ganzen Tag, ich habe niemanden, der mir irgendwie sagt, du musst jetzt dahin kommen. Ich meine, jetzt heute haben wir uns hierfür verabredet. Zum ersten Mal seit 20 Jahren Termine. Aber normalerweise, ich habe keine Termine. So, weil ich habe keinen, der mir jetzt sagt, du kommst jetzt dahin oder du musst da sein. Mir ist egal. Ich bin auch im Sommer sechs Wochen auf Mykonos, weil es ist egal, wo ich bin. So, darin bin ich Profi. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich möchte, ich habe ein anderes Ziel und ich möchte jetzt zum Beispiel eine Firma wie Amazon aufbauen und ich möchte ganz gerne 2000 Mitarbeiter haben. Wenn ich jetzt so denken würde, was ich ja nicht mache, aber wenn ich so denken würde und ich frage dann zum Beispiel Elon Musk und ich habe keine Erfahrung damit, wie man eine Firma mit 2000 Mitarbeiter, habe ich nicht. Und ich sage dann Elon Musk, ja, sag mal, Firma aufbauen mit 2000 Mitarbeiter, was machst du dann? Und er sagt mir, ja, du musst das, das und das. Da denke ich mir mal, wie kann dann jemand antworten, nee, danke Elon, aber das sehe ich komplett anders. genau. Wie? Der hat es ja gemacht. Ja, mehrmals. Der kann es ja. Mehrmals. So, und das heißt, das ist das, was ich immer realisiere. Es ist immer das Gleiche, dass mich Menschen was fragen und jetzt gerade zum Beispiel der Klassiker ist, nicht nur Geld verdienen, sondern auch zum Beispiel Körper. Ich meine, du siehst die ganzen Vorher-Nachher-Fotos und mein Körper mit 44. So, und dann, ja, Cecil, ich konnte nicht abnehmen, weil ja, ich habe da, was würdest du denn machen? Und dann sage ich, ja, ich würde genau das und das machen. Ja, danke, Cecil, aber, nee, ich sehe das ein bisschen anders. Ja, weil das ist ja die Ursache. Die Ursache ist ja, wir denken ja falsch und deswegen handeln wir ja falsch und deswegen haben wir ja die falschen Ergebnisse. Genau. Das sind die absoluten Basics, wo es schon Einstein gesagt hat, wenn man immer wieder das Gleiche macht und ein anderes Ergebnis erwartet, dann ist das der pure Wahnsinn. Genau. Weil das funktioniert ja nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was verändern will in meinen Beziehungen und ich mache genau den gleichen Käse jeden Tag, und ich will nicht mal irgendwie ein Buch lesen, mir einen Podcast anhören, wie man das anders macht, dann bleibt ja alles gleich. Auch beim Geldverdienen. Die Menschen denken dann zum Teil, ja, cool, ich bin jetzt hier in dem Job und ich habe wirklich schon Aussagen gehört, ja, ja, ein bisschen blöd, ich muss noch 30 Jahre in diesem Job bleiben. Nö? Wer hat dir das denn gesagt? Ja, genau. Wo musst du das? Du kannst dir ja auch nebenbei jetzt was aneignen an Wissen, wie du ein Produkt verkaufst. Das heißt, welches Produkt denn? Irgendein Produkt. Man kann alles verkaufen. Guck einfach in deine Amazon-Liste, was du die letzten 10 Bestellungen hattest. Das kannst du alles selber auch verkaufen. Das heißt, man kann sich ja nebenbei was aneignen, dass man weiß, okay, ich könnte auch selber was verkaufen. Haben ja schon mal Millionen Menschen gemacht. Ja. So, und dann eignet man sich das Wissen an und dann kann man ja sein Leben aktiv in die Hand nehmen und verändern. Und das ist das immer, wo ich am stolzesten bin, dass ich es geschafft habe, dass es so viele Menschen schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es so eine Verzweiflung, weil ich denke, das ist doch so, das, was ich sage, das ist doch, also logischer geht es doch nicht, oder? Ich meine, wenn ich sage jetzt, du willst einen tollen Körper haben, fettige Pommes sind vielleicht nicht so gut wie ein Salat, rauchen, Alkohol, äh was, gar nicht rauchen, gar nicht Alkohol, das sind doch alles so Sachen, die sind doch nicht so kompliziert. In den USA haben schon 75% der Menschen Übergewicht. 75%. Heftig. So, und es ist ja nicht so, dass die nicht wissen, dass ein Salat besser ist, als bei McDonalds zu essen. Stimmt, ja. So, es ist natürlich, es ist auch viel biochemisch, was da passiert ist und so, aber das will ich jetzt nicht den Rahmen sprengen lassen, aber im Grundsatz sind das ja wirklich einfache Basics. So, und die einfachen Basics, Ernährung, das und das essen, so und so Sport machen, dann Geld verdienen, man muss verstehen als erstes, dass man ein Produkt findet, was man verkaufen möchte, egal, ob es ein Bonsai-Baum, ein Tresor oder ein hässlicher Apfel ist. Und, aber viele Menschen sagen, vielleicht brauchen einen hässlichen Apfel. Und dann leckere ich jetzt T-Shirts. Genau, so. Das heißt, viele Menschen wollen das ja. Und einfach diese Basics, okay, alles klar, das möchte ich selber verkaufen. Das sind halt die Basics, die ich wirklich jeden Tag wirklich versuche, rüberzubringen, 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 damit ich dann einmal von tausendmal sage, die Nachricht höre, Sessi, vielen Dank, wir sind ausgewandert, wir leben jetzt ein freies Leben, unsere drei Kinder wachsen jetzt hier auf Bali, in Dubai, überall auf der Welt, egal wo auf und wir sind so happy. Das ist dann die Motivation. Das muss ja mega, also so ein richtiger, schöner Moment auch sein, wenn man solche Storys hört. Auf der anderen Seite muss es ja mega verzweifelnd sein, wenn man weiß, wie viel Potenzial die Menschen haben und das gar nicht nutzen. Sie können es sich vielleicht sogar nicht mal vorstellen. Und das ist so, wenn ich mich in deine Situation hineinversetze, denke ich, und du siehst jeden Tag, du sprichst ja, du schreibst ja jeden Tag mit diesen Menschen und dann merkst du, wie die Leute auf ihr Potenzial einfach gar nicht zugreifen. Das Lustige daran ist, dass ich auch sehr, sehr viele Menschen habe, die mir folgen, die sich alles anhören, die das umsetzen, aber die mir noch nie geschrieben haben. Und das ist das Interessante. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Das sind richtig erfolgreiche Geschäftsmänner. Dann habe ich zum Beispiel ein, zwei Jahre Videos über Kryptowährungen gemacht, über den Aktienmarkt, über Immobilien und so weiter. Und die haben alle Videos von mir angeguckt, aber ich habe die noch nie, ich habe noch nie gewusst, dass die existieren. So, ich kriege dann meistens nur die Kommentare da drunter, öh, warum hast du denn eine Glatze? Ja. Aber dann, wenn ich diese Menschen kennenlerne, wo ich sage, hey Cecil, hey, vielen Dank, dass du mir die Augen geöffnet hast mit Kryptowährungen, mit Aktien, Diversifizierung und so. Und ich habe jetzt die Einnahmen aus meinen 25 verschiedenen Praxen habe ich jetzt da und da investiert. Da denke ich so, wow, hättest du ja auch mal einen Kommentar schreiben können. Aber die Leute lerne ich dann kennen, aber natürlich für mich nach außen hin ist immer das, also das Erste, was ich lese, ist Hate. Also so, ja, aber nee, das geht ja gar nicht. Ja, okay. Willst du damit sagen, dass die Leute, die erfolgreich sind, nicht den ganzen Tag auf YouTube sitzen und Hate-Kommentare schicken, sondern einfach umsetzen und tun? Ja, genau. Also, das Schlechteste ist eigentlich immer einen Hate-Kommentar zu schreiben. Also, wenn man einen Hate-Kommentar schreibt, dann ist es schon, ja, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass man die Sachen gar nicht umsetzen will und dann verstehe ich auch gar nicht, warum die dann überhaupt die Videos gucken. Ja. So, weil die Leute auch jetzt zum Beispiel, ich gucke ja jeden Tag Finanzvideos zur Zeit und ich habe noch nie einen Kommentar geschrieben. Also, ich habe verschiedene Kanäle, da gucke ich wirklich seit Jahren jeden Tag. Ja. Was soll ich da schreiben? Ja. So, und wenn ich die Personen dann mal in echt sehe, manche habe ich dann auch hier in Dubai mal getroffen und habe ich angesprochen, hey, bist doch der und der, ich gucke deine Videos und so, hey, cool und so. Aber, ja, das Wichtigste ist einfach, das Potenzial von jedem einzelnen Mensch ist so unbegrenzt und die meisten nutzen das nicht und das ist jetzt nicht, dass es alles so kompliziert ist, dass man das nicht erreichen kann, sondern das Komplizierteste ist, einfach zu denken und wenn jetzt jeder Zuschauer zum Beispiel einfach mal hundert seiner Mitarbeiter fragt, denkst du, ich kann finanziell frei werden, indem ich im Internet was verkaufe? 99 werden sagen, nee, es geht nicht. Oder 100. Ja, weil die haben es ja noch nicht gemacht. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der das gemacht hat und sagen wir mal, der hat eine Million damit verdient und du fragst ihn, ist es möglich, damit eine Million zu verdienen? Was wird der antworten? Natürlich ja. Aber was soll er anderes antworten? Er hat es ja gemacht. Das heißt, diese Punkte zu verstehen und umzusetzen, das ist so basic, aber es könnte das Leben von jedem einzelnen Menschen so katapultieren. Apropos Potenzial. Du hast ja lange Zeit in Deutschland gelebt und irgendwann hast du vermutlich gemerkt, dass du dein Potenzial noch besser entfalten kannst, indem du raus aus Deutschland und ab nach Dubai gehst. Wie war da dein Denkprozess? Warum bist du überhaupt ausgewandert? Genau, also ich bin ja immer, wie du schon rausgehört hast, ein sehr logisch Denkender. Also ich denke, wie ein Neandertaler, Alkohol, Gift, nicht gut, lassen. So, rauchen, zerstört dich, nicht gut. Zehn Jahre vorher sterben, nur weil man stinken will und Geld ausgeben will, nicht gut. Ja. Mach ich nicht. So, das heißt, ich denke immer extrem logisch. Und ich habe in Deutschland dann gedacht, okay, alles klar, ich möchte irgendwie mehr aus meinem Leben machen und ich möchte irgendwie mehr erreichen. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf schlechtes Wetter. Ich hatte auch keine Lust irgendwie, wenn man alles zusammenzählt, irgendwie acht, neun Monate nur für den Staat zu arbeiten, dass der Staat dann das Geld in andere Länder schickt und wer weiß was unterstützt. Das heißt, ich habe irgendwann gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf. So, und ich war das erste Mal in Dubai 2011 und es hat mir extrem gut gefallen. Und bei mir ist es immer so, das baut sich immer über Jahre auf. Das erste Mal, dass ich über Dubai gehört hatte, war 1999. Da ist ein ehemaliger Profi, der hat in Hamburg bei den BCJ Hamburg Tigers gespielt. Der ist nach seiner Karriere Personal Trainer vom Scheich geworden. Oh, krass. Da gab es in der Bild-Zeitung einen Bericht, habe ich gedacht, was ist der geworden? Personal Trainer vom Scheich. Okay, das musste ich erst mal verarbeiten. Aber das ist ja das Ding mit Informationen. Bei tausend Menschen, oh, Scheich ist weg. Wenn du die nächste Minute fragst, wo ist der Trainer geworden? Wer? Das heißt, bei mir, ich habe das eingebrannt. Irgendwie, wie Dubai? Was Dubai? Was machen die denn da? Wie Scheiche? Verstehe ich nicht. So, und dann war es wirklich Jahre später, das war dann 2000 ungefähr, wann war das? Acht oder so. Also sagen wir mal acht, neun Jahre später, hatte ich einen Kunden beim Personal Training und der hat gesagt, dass sein Bekannter in Dubai ständig ist. Und mir ein bisschen davon erzählt. Da habe ich gesagt, hey, Dubai, habe ich doch schon mal gehört. Das ist irgendwie interessant. Können wir uns mal mit dem treffen? Ich möchte ihn mal ausfragen. Und dann habe ich ihn ausgefragt, ja, wie wäre das denn mit Dubai Personal Training? Könnte ich dann Scheich-Familie trainieren und was könnte ich denn da machen? Könnte ich vielleicht deutsche Personal Trainer da rüberbringen? Könnte ich dann vielleicht für jede Vermittlung, keine Ahnung, im Monat 500 Euro verdienen? Und wenn ich dann zehn Personal Trainer rüberbringe, dann, ich habe ja immer gerechnet. Ich rechne immer. Dann wären es ja 5000 als Beispiel. So, und dann habe ich das immer im Hinterkopf gehabt. Und dann irgendwann bin ich dann so durch die Stadt geschlendert mit meiner Frau und dann habe ich dann gesehen, Dubai und ganz günstiger Preis, weil es war im Sommer und im Sommer ist Dubai ungefähr bei 45 Grad. Das war was, ein Reisebüro oder? Reisebüro Dubai. So, und 45 Grad im Sommer und deswegen war es extrem günstig. Und ich so, ey, lass mal gucken. Und dann gucke ich auf Dubai. Kann man nach Dubai? Ja, alles klar. Ach, Direktflug? Boah. Ja, lass nach Dubai. So, dann bin ich 2011 das erste Mal nach Dubai gekommen. Im Sommer? Im Sommer. Im Sommer, krass. Bei 45 Grad. Der erste Tag war brutal. Und Dubai ist so geil, weil wir sind dann aus dem Hotel raus und ich wollte so einen Supermarkt finden und das Lustige ist, das ist jetzt genau da, wo ich jetzt zurzeit wohne und in Dubai ist so, alle versuchen dir zu helfen und ich sage, ja, wo ist der Supermarkt? Ja, da. Ja. Ich so, alles klar, ich treppe hoch, gehe genau da hin. Dann war da kein Supermarkt. Ich frage die nächsten, ja, wo ist der Supermarkt? Ja, da. Ich gehe da hin, war auch nichts. Wo ist der Supermarkt? Ja, da. Alle helfen dir, aber alle in tausend verschiedene Richtungen. Ja, ich komme da nicht. Ich habe zwei Stunden bei 45 Grad diesen Supermarkt gesucht, dass ich schon so dehydriert war, dass ich gedacht habe, ey, ich habe gar keine Lust mehr. Also ich brauchte wirklich zwei, drei Tage, um mich zu akklimatisieren, aber dann habe ich wirklich gedacht, ey, Dubai ist wirklich richtig, richtig schön. Und die Gründe, die mich dann bewogen haben, dahin auszuwandern, sind einmal, dass ich dann natürlich noch drei, vier weitere Male da war, aber vor allen Dingen, dass man einfach keine Einkommensteuer zahlt, dass man 365 Tage im Jahr Sonne hat, auch wenn es dann mal ein, zwei Monate ein bisschen zu viel Sonne ist. Aber dann kann man ja in der Zeit woanders verbringen. Genau. Und praktisch keine Kriminalität, also jetzt im Vergleich zu Deutschland, wo ich bei McFit irgendwie mein Shampoo hingestellt habe und vom Balea und 20 Sekunden später, wenn ich gemerkt habe, dass ich mein Shampoo vergessen habe und dahin ist es schon weg. Oh Mann. So, das heißt, praktisch keine Kriminalität und gerade für die Kinder auch keine Sexualisierung im westlichen Sinne. so, das war sehr wichtig für mich. Das heißt, dieser Mindset auch in Dubai, in Dubai ist es wirklich perfekt. Du hast einen Bankberater, du hast egal welche Berater, egal ob Handy, Vertrag, Bank, egal wer, Arzt, Ärzte, du kriegst von jedem die WhatsApp-Nummer. Du schreibst den, ich schreibe den Sonntagabend um 10 Uhr. Hey, was ist mit der Überweisung? Er so, ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich kann, ich bin leider morgen um 8 Uhr erst am Rechner, dann werde ich ihm direkt eine Antwort geben und ich so, ja, eigentlich hat er recht, so Sonntagabend. Und denkbar in Deutschland. Und wenn ich dann in Deutschland mal anrufe, wenn ich irgendwas mit Immobilien, weil ich habe da ja noch Immobilien, wenn ich da irgendwas mache, hallo, die Arbeitszeiten sind heute von 10 Uhr bis 10 Uhr 2. Ja. Und am Freitag von 10 Uhr bis 10 Uhr 1. Und dann in der Zeit ist es besetzt. Ja. So. So, das heißt, dieser Mindset, keine Kriminalität, Toleranz, jede Religion, es wird alles toleriert. Es ist verboten, dass du was gegen eine andere Religion sagst. Kein Rassismus, 90% Ausländer in Dubai, kein Rassismus, wirklich Steuer, Einkommenssteuer, Freiheit und schönes Wetter und wirklich ein guter Mindset. Und es ist jetzt in Dubai auch nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn da Menschen mit einem Porsche vorfahren oder mit auch teureren Autos, mit einem Rolls Royce, dann würde nie jemand dich angucken und sagen, ha, du hast einen Rolls Royce. Das heißt, du bist ja voll der schlechte, arrogante Mensch. Weil hättest du das mal lieber gespendet? Woher wissen die nicht, dass der vielleicht letzte Woche eine Million gespendet hat? Ja. So, das heißt, das gibt es nicht in Dubai, dieser Neid, dieses den anderen angucken oder diskriminieren und so, das gibt es nicht. Und deswegen habe ich 2018 gesagt, okay, ich habe meiner Frau gesagt, hör mal zu, wir wandern nach Dubai aus, in drei Monaten geht es los. Hast du noch irgendwas zu packen? Und sie so, was, was, drei Monate, wie spät ist es denn? Und dann habe ich das entschlossen und dann habe ich es ganz klassisch gemacht. Ich bin ein so banaler Neandertaler, das ist unfassbar. Alles klar, ich will auswanderen. Was muss ich machen? Google. Checkliste zum Auswandern. Original. Ja. Geguckt, da standen 20 Punkte, alles klar, abarbeiten. Genau. Habe ich die Punkte abgearbeitet und dann habe ich am Ende geguckt, ist noch was übrig? Nein, okay, alles klar, dann ausgewandert. Und da habe ich auch, alles hinter mir gelassen. Also ich hatte ja mein Immobilien-Business aufgebaut, da verschiedene Immobilien gehabt und so, alles hinter mir gelassen, alle Kunden, alles abgebrochen. Personal Training, die Kunden wirklich, die ich seit, ich hatte die Kunden ja immer Jahre, also zwölf Jahre, zehn Jahre, so, alles von heute auf morgen aufgehört und einfach wirklich alles komplett ins kalte Wasser geschmissen. Aber, das war somit eine der besten Entscheidungen überhaupt. Weil natürlich wächst man auch, auch nur, wenn man die Komfortzone verlässt. Das heißt, ich war da in einer Situation, ich hatte zwar einen Puffer und so, aber ich war schon in der Situation, dass, wenn Dubai teuer ist und ich Sachen kaufen muss und ich muss schon irgendwie da auch irgendwie wieder Geld verdienen. Ja, klar. Wenn ich auf einmal so von heute auf morgen bei Null bin. So, aber gerade in dieser, in dieser, ja, in dem Verlassen der Komfortzone entwickelt man sich am meisten weiter. So, und ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, das war so unbeschreiblich. Die ersten, ich glaube, sechs Monate, ich habe es immer noch, ich habe es immer noch jeden Tag, aber die ersten sechs Monate war ich wirklich wie auf Droge hoch zehn. Dieses Gefühl, nicht mehr zurück zu müssen. Ja. So, weil vorher, wenn ich im Urlaub bin, dann denke ich immer so, ja, 14 Tage. Oh, nur noch zwölf Tage. Ja, genau. Nur noch zehn. Oh Mann, was machen wir die letzten drei Tage? Lass nochmal die letzten drei Tage richtig genießen. Ja. Morgens, mittags, abends, nachts machen wir das. So, das heißt, dieses Gefühl, ich muss gar nicht mehr zurück. Ich muss mich nicht dann zurück zum Flughafen begeben, wo dann bei der Schlange nach Deutschland alle so gucken, also die Schlange zum Schalter, alle so. Ja. Herbert, stell dich da drüben an, ich stell mich hier an und wer dann zuerst da ist, dann kommen wir einfach rüber. Oh, Ich muss, ich muss kein Drängeln mehr in ein Flugzeug rein miterleben. Weißt du, mit meinen Kindern einmal, so mit drei Kindern so und dann werde ich von hinten angestoßen in den Flieger rein und die Frau dann so ruft sie, dann ist, Herbert war noch hinter, hinter uns. Herbert, komm! Und ich gucke Herbert an, ich so, Herbert, jetzt aber schnell. Und er so, hm. Und ich dachte so, hey, diese Erfahrung, es ist so ein gutes Gefühl, einfach nicht mehr zurück zu müssen. Ja. Und das kann ja jeder machen, wie er will. Manche wollen gerne im Schneegebiet leben, manche mögen gerne bei 40 Grad leben, manche mögen komplett auf einer einsamen Insel leben. Es ist ja egal, was das Ziel ist, aber für mich ist das in Dubai perfekt. Ja. Und für mich war dieses Gefühl, nicht mehr zurück zu müssen, war, das war wie, als wenn einem so eine Last von der Schulter fällt. Ich bin ja nicht ein Mensch, der dann in Hamburg immer so traurig, oh Mann, ich mag nicht mehr hier sein, ich bin ja nicht so ein Mensch. Ja. Aber trotzdem kann man ja das Leben trotzdem noch, ja, den nächsten Kick oder Push geben. Absolut. Und noch das nächste Level erreichen. Ja, das Verlassen der Komfortzone, vor allem durch Reisen, das ist auch so ein Muster, das zieht sich durch sehr viele erfolgreiche Menschen durch. Also, wenn du so die Autobiografien von erfolgreichen Menschen liest, dann wirst du fast immer dieses Muster erkennen, ja, reisen, 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 weil da wächst man einfach über sich hinaus. Und da muss man auch dazu sagen, dass Dubai nochmal eine spezielle Art von Ziel ist, für eine Reise, einfach aus dem Grund, weil es hier so ein breites Spektrum gibt, von bis. Hier gibt es keine Limits. Also, wirklich keine Limits. Genau. Und das ist nochmal sehr interessant. Ja, das mit dem Reisen ist auf jeden Fall sehr wahr, weil ich hatte es ja auch beim Basketball. Also, ich habe ja nicht nur in Deutschland gespielt, ich habe ja in Finnland gespielt, ich habe in Spanien gespielt, in Frankreich war ich eine Zeit lang und wo war ich noch? Österreich. Das heißt, ich habe schon verschiedene Stationen durchlebt und diese Erfahrung, die man einfach überall immer sammelt. Also, jetzt einfach ganz banal, du bist in Finnland und da sind einfach mal Minus, 10 Grad. Ja. So, und die sagen mir, im Vorjahr, Sessi, hast du Glück gehabt, es ist ja voll warm diesen Sommer. Ich so, was ist das? Ich so, Minus 10 Grad? Nee, im Winter. Im Winter. Ich so, warm, Minus 10 Grad ist warm für euch oder was? Ja, ja, letztes Jahr hatten wir minus 40 Grad. Ich so, minus 40 Grad? Ich bin, wenn ich morgens rausgekommen war, war mein Auto von innen mit Eis. Ja. Von innen. Die so, ja, 40 Grad ist schon ein bisschen blöd, weil da mussten wir alles abdecken. Also die können auch die Augen, die Augenflüssigkeit trocknet sofort ein. Du darfst nicht auch deinen Atem. Das geht, du musst alles zudecken. Du musst deine Augen zudecken, du musst alles zudecken und es ist praktisch schon, du musst aufpassen. Ja. Und dann natürlich, voll cool, wenn du dann pinkelst, dann bevor es auf dem Boden, dann ist alles Eis. Basketball, Konversation, wenn man 20 ist. Ja. Aber das sind halt die Erfahrungen, die man dann sammelt. Oder dass man dann zum Beispiel, wenn man die Winterreifen dann draufgezogen bekommt, dann bekommt man nicht so wie in Deutschland, sondern man bekommt richtige Spikes. Also wie Fußballschuhe mit Eisenspikes. Ah, ja, ja. Die gehen dann in das Eis rein. Ja. Oder da habe ich mir dann zum Beispiel den Trick abgeholt, das machen da alle. In Deutschland haben alle Angst, weil sie denken, die Scheiben platzen vom Auto. Du machst warmes Wasser, oben füllst du zwei Liter, also zwei Flaschen mit warmem Wasser. Ja. Und dann gehst du an dein Auto, weil es alles vereist. Und dann gehst du einmal rum und kippst alles rum und das Eis ist natürlich weg. Alles geschmolzen. Ah, krass. Und den Trick habe ich dann auch immer in Deutschland. Immer habe ich das gemacht und alle so. Ja. Am Schaben so. Eine Stunde. Die Hände frieren schon. Und ich gehe einfach mit meiner Flasche so. Ja, aber hast du nicht Angst, dass es platzt? Nein, ist noch nie geplatzt. Also das sind einfach so Erfahrungen, die man sammelt, wenn man aus der Komfortzone rauskommt. Oder Dubai ist dann auch wieder eine andere Sache. Da ist es eine ganz andere Mentalität. Also jetzt gerade was so Termine angeht oder wie du hier mit Menschen kommunizierst und es ist einfach so eine Erfahrung, verschiedene Kulturen zu sehen, verschiedene Länder zu sehen, zu wissen, wie reagieren denn andere Menschen jetzt zum Beispiel auf verschiedene Situationen und so. also Reisen und diese Erfahrung machen, aus der Komfortzone rauszukommen, ist immer eine gute Sache. Vor allem, was auch interessant ist, man merkt, was alles möglich ist. Weil jetzt, klar, es gibt die ganz einfachen Beispiele, wenn man sieht, welche Autos hier gefahren werden, welche Kleidung hier getragen wird und so weiter und so fort. Aber auch auf einer anderen Ebene, wenn man sieht, hey, hier gibt es jetzt mega Stau auf einer Straße und der Scheich sagt es einfach mal, ja, wir bauen eine Straße und zwei Tage später ist die Baustelle dort voll im Gange. Also man merkt auch, was alles möglich ist, dass man nicht 20 Jahre warten muss, bis eine Straße fertig ist. Und da kriegt man das auch alles. Ich meine, die Umwelt, die beeinflusst uns doch alle auf irgendeine Art und Weise und manche sind vielleicht mental ein bisschen stärker, können sich davon abschirmen, andere weniger, aber sie beeinflusst uns doch auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn du in so einem Kontext bist, wo alles groß ist, wo alles schnell geht und so weiter und so fort, dann hat das natürlich auch einen gewissen Effekt für dich. Jetzt lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, über diese komische Zeit, wo man eigentlich nichts machen konnte. Du bist ja jetzt nicht einer, ich kenne dich ja jetzt schon einige Jahre, du bist jetzt nicht einer, der, wenn man sagt, ja, jetzt wird nichts gemacht, dass du darauf hörst. Sag mal, wie hast du die Zeit genutzt? Also das war natürlich eine neue Erfahrung für uns alle. Also einfach, dass wir so weltweit hören, komm, bleib mal jetzt zu Hause und trag mal bitte eine Windel im Gesicht. Das ist natürlich was, das ist schon eine neue Situation. Hast nicht damit gerechnet, ja. So, da hat eigentlich so niemand mit gerechnet und ja, wie gesagt, ich habe ja sehr viele Videos darüber gemacht und ich habe sehr oft darüber gesprochen, dass es vielleicht ein kleines logisches Problem gibt, wenn man zum Beispiel beschließt, dass man im Flugzeug oder im Zug essen darf und die Maske runternehmen kann und wenn man dann nicht mehr ist, dann muss sie wieder hoch und dann ist die Luft auf einmal komplett weg. Ja. Oder dass wenn man mit dem Zug irgendwo hin durchfährt und in Deutschland ist die Regelung, du musst die Windel drauf haben und eine Sekunde später bist du in der Schweiz und dann können alle einfach die Maske runternehmen und dann ist es okay. Da ist auch die Luft komplett anders. Da ist die Luft alles komplett anders. Oder wenn du stehst, musst du sie drauf tun, weil oben bist du richtig in Gefahr. Das heißt, ich habe gesehen, boah, also mit meinem logischen Denkkopf, gerade wenn man auch die Maschendichte dieser Windeln betrachtet und das mit der Größe von diesem bestimmten V-Wort kombiniert, hatte ich ein kleines Problem mit. Das heißt, ich habe gesehen, okay, Moment mal, es wird ja jetzt, es wird ja jetzt richtig interessant, wie kann ich noch mehr Menschen helfen, dass man sich nicht unbedingt unterbuttern kann oder lassen kann. Das heißt, für mich war es dann so, die Hauptaufgabe zu sehen, okay, wie kann ich es schaffen, dass so viele Menschen wie möglich in einer Situation sind oder enden, in der sie legal ihr eigenes Leben so beeinflussen können, dass sie sich so wenig wie möglich sagen lassen müssen. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel die finanzielle Situation mir erarbeitet habe, dass ich ortsungebunden überall auf der Welt arbeiten kann und Geld verdienen kann, dann wäre es praktisch egal, ob ich in der Zeit in China lebe, wo das über drei Jahre komplett alles abgeschlossen war, oder ob ich sage, Dankeschön, ich fliege jetzt einfach mal nach Schweden, weil in Schweden ist es legal gar nichts los. Das heißt, da muss ich diese Windel nicht tragen und da kann ich auf legalem Weg meine Freiheit genießen. Das heißt, ich ermutige ja nie, das Gesetz zu brechen, sondern ich ermutige, das zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Weil das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen. Erfolglose Menschen konzentrieren sich immer nur auf das, was sie nicht beeinflussen können. Und das ist auch der Grund, warum ich nach einer gewissen Zeit aufhöre, politische Videos zu machen, weil wenn jetzt der nächste Gesundheitsminister das nächste jetzt beschließt und alle regen sich drüber auf, ja, das kann ich ja nicht beeinflussen. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Das bringt nichts, ja. So, das heißt, es kommt immer darauf an, was kann ich selber beeinflussen? Ja, es regt mich auf, dass ich hier in diesem Land, in dem ich gerade bin, so viele Steuern bezahle. Ja, das ändert sich ja nicht. Das ändert sich auch nicht in den nächsten 100 Jahren. Aber was ich beeinflussen kann, ich kann auswandern und in ein Land auswandern, wo ich gar keine Steuern oder wenig Steuern zahle. Das Wetter, ja, hier, es regnet hier immer, es gefällt mir gar nicht. Ja, okay, das kannst du ja aber nicht beeinflussen. Aber du kannst ja beeinflussen, ob du unabhängig dir eine Einnahmequelle aufbaust, das kannst du ja beeinflussen, niemand anderes. Und dann irgendwo lebst, wo du 365 Tage im Jahr Strand vor der Tür hast und Sonne hast. Das kannst du ja beeinflussen. Das heißt, auch mit dieser ganzen damals Geschichte, wo man dann zu Hause bleiben musste, du kannst es ja nicht beeinflussen. Also wenn du jetzt in China zum Beispiel rausgegangen bist und gesagt hast, hey, ich halte mich aber nicht dran. Hallo. Und alle Roboter so. Die letzten drei Sekunden deines Lebens. So, das ist nicht clever. Aber clever ist, wenn man sich eine Einnahmequelle aufbaut, dass man legal sagen kann, okay, ich will jetzt nach Schweden und ich bleibe jetzt da. Das heißt, im Leben ist es so wichtig, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die wir beeinflussen können. Und das war natürlich auch für mich wieder so ein Klickmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe so viel Erfahrung mit Sport und Mindset, mit diesen ganzen Sachen, mit den Beziehungen. Da hatte ich ja schon meine Coachings mit Maximumprinzip, mit Matrixprinzip. Und dann habe ich gedacht, es muss noch mehr kommen, es muss ein Coaching kommen, wo ich allen beibringe, wie sie unabhängig eine Einnahmequelle aufbauen können. Das ist so extrem wichtig. Und das war eigentlich der Grundbaustein, war eigentlich wegen der Geschichte, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht so unterbuttern lassen. Ich hasse, wenn ich irgendwo gezwungen werde, zu sein, das ist für mich das Schlimmste. So, deswegen verbringe ich auch jeden Sommer irgendwie sechs Wochen auf Mykonos, weil ich sage, okay, im Sommer ist mir hier zu warm, dann gehe ich dahin, schöne Luft und gefällt mir da oder woanders. So, das heißt, ich möchte jedem die Möglichkeit geben, dass sie ihr Leben so beeinflussen können, dass sie überall leben können. Und dass sie sich im Zweifelsfall nicht mehr so unterdrücken lassen müssen, weil es ist für mich immer diese Unterdrückung. Es ist für mich immer, schon seit der Kindheit, dass ich mir nichts sagen lasse. Ich will mir nichts sagen lassen. Gar nichts. Ja, da gehst du morgen hin. Nein, nein, gehe ich gar nicht hin. So, du machst jetzt das. Nein, nein, mache ich gar nicht. So, ich bin immer so, ich mag das nicht. So, und deswegen, genau wie ich der fette Junge war, da wollte ich auch nicht mehr, dass die mir sagen, du bist fett. Okay, sag mir jetzt nochmal, ich bin fett. wenn ich jetzt zum Klassentreffen gehe, da ist keiner mit dem 8-Pack. Na ja, andere Art von 8-Pack. Ja, genau. So, das heißt, wie kann ich das beeinflussen? Und dann habe ich damals gesehen, okay, ich bin seit über 20 Jahren selbstständig. ich habe fünfmal mein Hobby erfolgreich zum Beruf gemacht. Basketball, Nahrungsergänzung europaweit, Affiliate-Marketing, Infoprodukt, diese ganzen Sachen. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss ein Coaching dazu machen, wie ich das alles aufgebaut habe. So, und da bist du natürlich auch mit reingekommen, weil du hast natürlich jahrelang vorher das Marketing für mich auch übernommen. Das heißt, du hast die Werbung geschaltet und diese ganzen technischen Sachen umgesetzt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wir müssen das zusammen machen, dass wir ein Produkt erstellen, wo wir den Leuten beibringen, wie sie sich selber ein Online-Business aufbauen können. Egal, ob es, heutzutage sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Egal, ob es Affiliate-Marketing ist, egal, ob es Dropshipping ist, E-Commerce, ob es ein Infoprodukt ist, ob es ein E-Book ist, egal, was es ist, dass man einfach unabhängig vom System, Geld verdienen kann. Und das überall auf der Welt. Und das ist wieder, das ist wieder so banal. Das ist wieder so banal, wie bei allen Sachen. Ich bin ein Neandertaler. Der einzige Grund, warum ich erfolgreich in den Sachen bin, ist, nicht, weil ich eine besonders gute Idee habe, sondern nur, weil ich banale Sachen denke, ein Ziel dann habe und die wie ein Neandertaler jeden Tag mache. Ein Neandertaler sagt ja auch nicht, hallo. Ich habe ja schon gestern gejagt. Heute nochmal jagen? Ne. Da bin ich jetzt nicht motiviert. Keine Zeit dafür. Da habe ich keine Motivation. Hallo? Ich bin ein Neandertaler. Ich habe ein Ziel. Ziel. Dann muss ich das machen. Mache ich das. Jeden Tag. Und dann nach so und so vielen Jahren habe ich Erfolg. Damals hat mich meine Frau auch gefragt, ja, aber jetzt, du willst ja anfangen mit YouTube und so das Coaching, dann das Online vertreiben, aber was denkst du denn, wie lange dauert denn das? Das hat sie mich 2014 gefragt, als ich die Idee im Kopf hatte. Ja, wie lange dauert das denn? Ich so, ja, keine Ahnung, fünf Jahre oder so? Sie so, boah, also fünf Jahre, da hätte ich keine Geduld zu. Dann habe ich als erstes gesagt, ja, aber ich lebe doch in fünf Jahren sowieso noch. Genau. Also, ob ich es jetzt mache oder nicht. So, und wenn ich es nicht gemacht hätte, weil ich nicht die Geduld hätte, dann wäre ich jetzt immer noch in Hamburg, würde immer noch Personal Training geben und ich wäre komplett abhängig. Ja. So, und deswegen sind das immer die Basics. Die Basics sind immer so einfach. Es ist immer so einfach. So, und das Problem ist nie, dass die Menschen es nicht schaffen, weil die sich an alles halten. Boah. Hält sich an alles, hat ein Ziel, hat eine Vision, hält sich an alles, lernt diese Sache, egal jetzt, ob es Beziehung ist, Körper, egal was. Geht jeden Tag ins Fitnessstudio, isst kein Junkfood, macht das jeden Tag über fünf Jahre, aber wiegt immer noch 120 Kilo. Hä? Gibt's nicht, ja. Gibt's nicht. Ja. Es ist nie, dass die Menschen wirklich alles machen und dann keinen Erfolg haben. Ja. Wenn hundert Menschen ins Fitnessstudio gehen, sich gesund ernähren, und das jeden Tag machen und nicht nur gehen, wenn sie motiviert sind, sondern einfach jeden Tag. Ja. Oder beziehungsweise so und so oft in der Woche. Die werden Erfolge haben. Das ist genau das Gleiche mit Beziehung, mit Geld verdienen, mit Mindset, mit allem. So, und deswegen sind das so einfache Muster, einfache Muster und ich hab einfach immer diese einfachen Muster durchlebt und so hab ich's einfach geschafft, mein Hobby immer wieder zum Beruf zu machen und ganz ehrlich, wenn ich jetzt weitere Hobbys, ich kann das noch fünfmal machen, weil es ist immer das Gleiche. Egal welcher Bereich, das Zielwissen, wer bringt mir das bei, das mach ich jeden Tag über einen langen Zeitraum und dann werde ich da Erfolg. Ja. Punkt. Und ich muss nicht der Beste in dem Bereich sein. Das ist ja auch immer das Krasse, was alle denken. Die denken immer, ja, das heißt, aber Amazon gibt's ja schon. Amazon gibt's schon. Dann müssen alle Läden auf der ganzen Welt zuschließen, weil es gibt schon Amazon, ja. Ja, genau. Du kannst dir auch auf Amazon was verkaufen und du musst einen Verkauf am Tag haben von irgendeinem Produkt. Und das ist so einfach. Beispiel, ich hatte einen Bekannten früher, da war ich 19 und der hat Autos verkauft. Und er war auch 19 oder 20. Autos verkauft. Und er war jetzt kein Student, konnte nicht perfekt Deutsch sprechen, war aus Mazedonien. So, und er hat Autos verkauft. Und er hat jeden Tag Autos verkauft. Und er ist immer mit so einem fetten Geldbündel rumgelaufen. Immer so in der Tasche. Und er hat uns auch immer eingeladen, weil er hatte halt Kohle. Immer wenn wir irgendwo waren, damals noch mit, keine Ahnung, 20 bei McDonalds gegessen. Ja, hier. Hier. Er hat immer gezahlt. Und wir haben immer so, wie macht der das? So, und das sind so Basics. Er hat Autos verkauft. Er hat Autos gesucht, ist hingegangen, hat die gekauft und hat dann immer gefragt, ja, komme ich mit dem Ding noch zum Hafen? Haben die gesagt, ja, das ist voll das gute Auto. Alles klar, ich komme zum Hafen. Okay, ist er direkt runter zum Hafen, Export auf einen Container nach Afrika geschickt. Gleicher Tag. Gleicher Tag, zum nächsten Autogang. Der hat manchmal fünf bis sieben Autos am Tag verkauft. Was? An guten Tagen hat er sieben bis acht verkauft. An schlechten Tagen immer, also ein, zwei, immer. Und er hat bei jedem Auto damals schon in Markzeichen, in Markzeiten, so 300 Mark, 400 Mark gekriegt. Aber manchmal hatte er zum Beispiel einen Range Rover, da hat der Besitzer gesagt, ja, das Getriebe ist, glaube ich, kaputt oder Motor. Hat er gesagt, hat er sich angehört, ja, okay, alles klar, ich kaufe den dann, ja, dann gib ihn mir nicht für 20.000 Mark, sondern gib ihn mir für 7.000. So, und dann ist er dann in seine Werkstatt gegangen, wo die ganzen, ja, da das repariert haben mit ganz unkonventionellen Methoden. Manchmal sind die dann, die haben auch mal einen Motor von mir repariert. Der Motor war über die ganze Fläche verteilt in 97.000 Teilen. Dann kamen die immer an, mit einem Stethoskop, haben drangehalten, weißt du, geklopft. Wie ein Arzt. Genau, und dann gesagt, ja, der dritte Zylinder ist kaputt. Ich so, wie hat er das denn jetzt? Ist er Arzt? Hat er einen Röntgenblick? Motorarzt, ja. So, aber das stimmte dann. Wirklich, der Zylinder war kaputt. Na, krass. So, und das heißt, dann ist er mit dem Range Rover da hingegangen, dann hat er gesagt, hier, kein Problem, das und das tauschen wir aus. Dann hat er irgendwie 500 Mark und dann hat er den auch für 20.000 Mark verkauft. Wow. Das heißt, es gab solche Deals, die er immer wieder hatte, bestimmt 10 im Monat. Wahnsinn. Aber im Grundsatz hat er jeden Tag drei, vier Autos im Schnitt für jeweils drei. Der hat 1000 Mark, die haben heute Hotel rein und so weiter und so fort. Ja. Und das Einzige, er ist nicht akademisch besonders schlau. Ja. Auswanderer Kind, also der Vater ist ausgewandert. Der Vater konnte kaum Deutsch und er konnte Deutsch, aber halt Akzent. Ja. normal. So, und das Einzige, was er verstanden hat, ist, ich möchte ganz gerne Autos verkaufen und ich kaufe die und verkaufe die. Ja. So, das war's. Ja. Und damit dann finanzielle Freiheit zu erreichen, ist ja machbar. Das kann ja jeder. Er hat ja keine besonderen Fähigkeiten und davon gibt es ja 1000 Millionen Beispiele. Und das ist sogar noch nicht mal ein gutes Geschäftsmodell. Ja. Weil das ist ja, du musst ja da sein, du bist ja ortsgebunden, du musst ja das Auto kaufen, du musst mit den Menschen reden und so. Also das heißt, wenn man online das macht und online Autos oder auch nur Autoteile verkauft, wenn ich ein Lenkrad verkaufe als Beispiel und ich hab dann eine Marge von 100 Euro und ich verkaufe das aber 50 Mal am Tag. Ja. So, das heißt, da ist die Skalierfähigkeit da, aber das ist gar nicht so das Ding. Das Ding ist, dass man das einfach verstehen muss. Ich kann was kaufen, ich kann es verkaufen und fertig. Das Faszinierende ist ja, dass es heutzutage einfacher ist, ein Online-Business aufzubauen denn je. Also es ist mittlerweile an einen Punkt gelangt, wo man denkt, wie einfach kann es denn noch werden? Technikmäßig. Auf der anderen Seite merkt man, dass eine Sache viel schwieriger geworden ist, dass die Leute überhaupt sich vorstellen, dass das möglich ist. Das heißt, auf der einen Seite sind die Möglichkeiten, die Werkzeuge, dazu exponentiell einfacher geworden. Auf der anderen Seite ist irgendwie dieses Programm in den Menschen, in den Köpfen drin, das ist ja nicht möglich oder das ist ja falsch oder das ist zu gut, um wahr zu sein oder das ist sogar zu viel des Guten. Ein klassischer deutscher Spruch. Was ist deine Erfahrung? Wie bringt man den Menschen bei, dass sie anfangen, selbst zu visionieren, selbst ihre Vorstellung zu aktivieren? Wiederholung. Immer wieder. Die Wiederholung. Es ist immer die Wiederholung. Also es hilft natürlich, wenn die Leute auch sehen, dass es andere auch erreichen können. Ja. So, aber im Grundsatz muss man die Sachen einfach immer wieder hören, weil es ist eine Konditionierung. Also die Menschen machen immer das, was sie immer machen und sie wurden halt seit Kindergarten so konditioniert, dass sie halt nichts erreichen können. Nein, nein. Abschreiben in der Schule ist schlecht. Wieso ist Abschreiben schlecht? Das Schlauste, was man machen kann. Wenn ich die Information von meinem Nachbar kriegen kann, das ist doch gut. Warum ist denn das schlecht? Nee, Abschreiben ist schlecht. Kriegst du eine 6? Roter Stift. So, das heißt, die Konditionierung ist schon vom Elternhaus meistens, schon, dass sie sagen, nee, Geld ist schlecht. Ja, es kommt ja nicht nur auf Geld an. Oder, ja, nee, das verdirbt den Charakter. Geld verdirbt den Charakter. genau. Und diese ganzen Sachen. So, dann kommst du in die Schule, ja, in der Schule, wenn du im BWL studieren willst und so, lernst du irgendwas, wie du finanziell frei bist? Nein, natürlich nicht. Du sollst natürlich, das ganze System ist so ausgelegt, dass du natürlich schön in deinen Schranken bleibst und schön ein Rädchen in dem Hamsterrad bist, damit du natürlich nicht ausbrechen kannst. Weil das ist ja das, worum es geht. Also es geht ja darum, dass du eben nicht frei bist. Weil wenn die Menschen alle frei wären, dann könnten sie ja alle nach Schweden und dann wäre Schweden voll. Aber dann könnten sie ja alle nach Schweden oder einfach irgendwo in anders auswandern oder Geld verdienen. So, und das will man vom System natürlich nicht. Weil, wenn man Menschen in Schach halten will, dann ist es natürlich möglichst gut, alle möglichst pleite zu halten und abhängig zu halten. Ja. Weil dann können die ja gar nicht weg. Ja, ich würde auch so gerne in Urlaub oder auswandern, aber das meiste, was ich mir erarbeiten oder leisten kann, ist einmal im Jahr eine Woche Mallorca. Dann hört es auch auf. So, wie willst du da rebellieren? Wie willst du da dem Chef sagen, hör mal zu, Chef, sehe ich anders. Ach echt? Geh mal zum Arbeitsamt, da kriegst du erstmal dein Arbeitslosengeld. Ach, es sind ja nur 60 Prozent. Ja, das ist Pech gehabt. Ja. So, das heißt, es ist schwierig, Menschen zu kontrollieren, die überall auf der Welt Geld haben können und die finanziell unabhängig sind. Weil das siehst du auch in den USA. Kalifornien steuern hoch, die ist dann, wandern einfach, die gehen einfach, die schließen ihre Firma und die ziehen nach Florida. Ja, Texas. Oder nach Texas, steuerfrei. Sie sind weg. So, das heißt, das ganze System ist schon so ausgelegt. Weil damals Rockefeller, ist jetzt eine sehr tiefe Geschichte, kann man mal selber recherchieren, Rockefeller hat ja das ganze Medizinstudium umgeschrieben und das, was wir in der Schule lernen. Weil er gesagt hat, er will keine freien Denker haben, sondern er will Menschen haben, die auch arbeiten. Also die einfach stupide, das machen, ja, was sie... Was ihnen gesagt wird. Was ihnen gesagt wird. So, und deswegen ist auch die Schulzeit genau in dem Zeitraum so, hinsetzen, leise sein, mach genau das, was ich dir sage, so. So, und die Kapazität, wir brauchen ja heutzutage nicht mehr die Kapazität, dass wir verschiedene, komplexe Sachen lernen müssen. Ich meine, 90 Prozent der Menschen, die einen Job ausführen, die haben ja für den Job, was sie machen, aktiv. Da haben sie ja nicht 13 Jahre Schule für gebraucht. Und da haben sie ja auch nicht sechs Jahre Studium für gebraucht. So, du lernst erstmal, weiß ich wie viele Jahre und dann setzt du dich dahin und dann machst du immer das Gleiche und du denkst, hey, das hätte ich auch am Wochenende lernen können. Ja. So, du sitzt zum Beispiel in der Bank und arbeitest die Anfragen ab, was am Schalter los ist, das kannst du in einer Woche lernen. Da ist egal, ob Wasser, H2O ist oder sonstige Elemente, weil du machst ohnehin was anderes. Genau. So, und das System ist ja immer so, dass du das nicht wissen sollst. Jetzt überleg mal, eine Bombe, darf ich das Wort überhaupt sagen, eine Bombe, die sehr, sehr gefährlich ist, wo viele sagen, die gibt es gar nicht, aber ist auch egal, ob es die gibt oder nicht, weil wie man sie nennt, ist eigentlich völlig Banane, weil wenn sie landet und ganz viel kaputt macht, dann ist es egal, wie sie heißt. So, aber zur Entwicklung von dieser besagten Geschichte, da arbeiten in der Firma hunderttausend Menschen, aber nur einer weiß, wie die überhaupt funktioniert. Wie geht das? Das ist immer ein Schichtsystem. Das ist wie eine Pyramide. Unten die wissen eigentlich gar nichts, die arbeiten nur ab. Also wie jetzt zum Beispiel das Beispiel in der Bank, die sind nur am Schalter, ja, ich will Geld abheben, Girokonto rausheben, wie geht meine Karte jetzt hier, mein PIN geht nicht, was auch immer. Das sind nur die unten und dann hast du da drüber, die haben schon ein bisschen mehr, die leiten schon, sagen wir mal, eine Filiale. So, und wenn die Probleme dann schon ein bisschen höher sind, dann wissen die ein bisschen mehr. So, und dann da drüber gibt es schon dann einen Filialleiter, der die ganze Region, so einen Stadtteil zum Beispiel und dann gibt es da drüber die, die dann für die ganze Stadt oder dann gibt es den Vorstand. So, aber die Entscheidungen, das sind immer nur die wenigsten oben, die überhaupt wissen, was los ist. Das siehst du genau wie bei zum Beispiel bei Bitcoin oder Krypto. 60 Prozent, schon 2020 waren 60 Prozent der größten Banken schon im Kryptomarkt und schon investiert und schon hatten alle Informationen, haben schon Mitarbeiter gesucht und in der untersten Schicht haben noch alle gesagt, nein, Bitcoin ist totaler Scam und bloß nicht und wir dürfen hier da nicht Informationen geben und so. Die wussten gar nichts. Ja. Genauso wie mit der Bombe. Die unten, die wissen gar nichts. Es gibt nur einen oben, der weiß das. Ja. So und so ist das System immer aufgebaut, weil ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, als ich beim Personal Training einen Kunden hatte, der war schon Rentner, also 65 und er hat in der Bank gearbeitet und er war eine Position vorm Vorstand, glaube ich, also Filialleitung und keine Ahnung. So und ich habe ihn einfach gefragt, ja, hör mal zu, alle haben irgendwie Schulden, USA hat Schulden, China hat Schulden, alle haben Schulden, wo haben die denn Schulden? Er hat 40 Jahre in der Bank gearbeitet, jeden Tag hingegangen, hallo, hier bin ich, Karte, hallo, 40 Jahre und er konnte mir die Frage nicht beantworten. Er konnte mir die Frage nicht beantworten, aber es geht ja um Geld. Ja. Das ist ja die einzigste Frage. Das heißt, das ist ja die wichtigste Frage. Ich würde als erstes mich erkundigen, wenn ich in die Bank reinkomme, würde ich sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Wer druckt denn überhaupt das Geld? Das ist das Erste, was ich fragen würde. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant arbeiten würde und ich frage die Kellner jetzt, sag mal, was verdient dein Chef? Oder wie hoch ist die Miete? Das sind immer Sachen, die ich frage. Wie hoch ist die Miete von dem Laden? Keine Ahnung. Wieso weißt du nicht, wie teuer die Miete ist? Wie viel macht der Chef an Umsatz? Keine Ahnung. Wieso hast du keine Ahnung? Das wäre das Erste, was ich fragen würde. Ich würde da reingehen und fragen, wie viel Miete zahlst du hier? Bevor ich Hallo sage, wie viel Miete zahlst du? Hast du den ersten Arbeitszahlen? Ja, aber wie viel Miete zahlst du? Sag doch mal. Das heißt, ich würde immer wissen wollen, okay, wie viel kann man hiermit verdienen? Aber das Problem ist, dass umso länger man im System drin ist, umso mehr kommt man weg von dem, was eigentlich wichtig ist. Weil das fragt keiner. Frag 100 Leute, Mitarbeiter, was der Chef verdient, dein Vorgesetzter. Das weiß keiner. Frag, was der Umsatz ist. Wenn du nicht im Controlling bist, dann weißt du es nicht. Über Geld spricht man nicht. Über Geld spricht man nicht. Genau das ist es. So, und das ist, ja, diese Manipulation, die seit Kindergarten läuft. Wir sind dazu gepolt. Und deswegen, gerade Menschen, die umso länger in diesem System drin sind, haben umso mehr Schwierigkeiten, überhaupt was anderes überhaupt zu erfassen. So, und im Endeffekt, wie immer, kann es jeder, man muss nun die Sachen kritisch hinterfragen und man muss sich mit dem ganzen System beschäftigen. Und dann, ja, kann es jeder sehen. Weil das sind ja nicht schwierige Sachen. Das, was ich gerade mit der Bank gesagt habe, mit Kryptowährungen, das sind alles nicht schwierige Sachen. Das sind einfach nur Sachen, die muss man einfach nur mal lernen, sich dafür interessieren, dann weiß man das und dann guckt man, wie man da rauskommt. Man könnte sogar sagen, dass im System zu sein schwieriger ist, als wie frei zu sein. Aber überleg mal, nehmen wir mal den Tischler her. Ich habe ja jetzt nichts gegen Tischler, aber ein Tischler macht eine Lehre, drei, vier Jahre, lernt ein paar Fähigkeiten und nach drei, vier Jahren ist er dann Tischler. Jetzt hat er natürlich keinen Umsatz von 500.000 im Jahr, sondern er hat halt sein normales Gehalt und wenn ich mir das jetzt anschaue, was man jetzt im Online-Business lernen kann, in drei, vier Jahren, was man schon in Wochen lernen kann, ist das, was ein Tischler vielleicht in drei, vier Jahren lernt. Und dass es trotzdem, dann eher so, vom Denken so ist, dass die denken, selbstständig sein ist ja viel zu riskant, ist ja viel zu schwierig und so weiter und so. Und dann denkt man, Moment mal, riskant, ist es wirklich riskanter, selbstständig zu sein, wenn man hunderte von Kunden hat, anstatt nur einen Chef, ist es wirklich riskanter. Und diese Art von Hinterfragung, das ist ja schon etwas, was gar nicht mehr passiert. Deshalb war ja auch eine der Übungen in deinem, ich glaube, Matrix-Prinzip, dass du die Dinge einfach auch hinterfragst und schaust, ist das denn wirklich so? Ist das wirklich so? Dazu muss ich noch eine Sache sagen. Und zwar, es ist ja immer begründet in dem, was wir denken. Ich sage immer, du bist das, was du bist, weil du denkst, wie du denkst. Und das ist in allen Bereichen so. Weil du denkst ja zum Beispiel, ja, aber man kann ja gar kein Geld online verdienen. Dann wirst du natürlich dementsprechend auch nicht handeln. Weil du denkst ja, du kannst online kein Geld verdienen. Egal, ob es Millionen Menschen jeden Tag machen. Du denkst es ja. So, und das heißt, es ist ein chinesisches Sprichwort. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn deine Worte werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn deine Taten werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn deine Gewohnheiten werden zu deiner Persönlichkeit. Achte auf deine Persönlichkeit, denn deine Persönlichkeit wird zu deinem Schicksal. Und es fängt alles beim Denken an. Und das ist ja genau das, was sie versuchen zu kontrollieren. Weil wenn sie das kontrollieren können, egal wie unlogisch das ist, dann haben sie die andere Reihe, dann ist es vorbei. Genau. Sehr gut. Wie sehen deine nächsten Schritte aus? Du hast ja angekündigt auf Instagram, es kommt neuer Content. Und jetzt höre ich so ein bisschen heraus, du willst jetzt nicht nur Content erstellen, wo sich die Leute einfach gemeinsam aufregen können. Und dann sind wir ein großer Pool von Leuten, die sich gemeinsam aufregen über die Politik, sondern du willst eher in die Schiene, dass du sagst, hey, du kannst etwas tun. Du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen, du kannst das beeinflussen, wie es für dich weitergeht. Ist das die Richtung, in die es geht? Ist das deine Absicht? Erzähl mal. Genau. Im Endeffekt ist es ja immer die gleiche Absicht, ein roter Faden. Wie kann ich mein Leben positiv beeinflussen? So, und bei mir ist es immer so, ich schweife immer ganz gerne ab. Wenn mich jetzt zum Beispiel ein Thema extrem interessiert, sagen wir mal, als das mit dieser ab 2020 Koriander-Geschichte war, dann schweife ich da einen ab und dann bleibe ich vielleicht zu lange da und ich habe es schon tausendmal erklärt und dann merke ich irgendwann, Moment mal, wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, nachdem ich hier sieben, acht Monate immer wieder das Gleiche rede und immer wieder dann sage, ja, jetzt nochmal. Oder es ist genauso mit dem Bankdrücken. Wenn ich jetzt nach der 850. Tutorial-Bankdrückübung immer noch weitermachen muss, dann sage ich irgendwann, Moment mal, das reicht jetzt. So, damals mit dieser Koriander-Geschichte, da habe ich irgendwann gesagt, es reicht, es reicht jetzt. So, oder mit der, mit den Situationen, dass wir ja praktisch vor dem Dritten Weltkrieg stehen. Ich habe diese Sachen alle erklärt und ich versuche immer, den Menschen aufzuwecken, dass er sieht, okay, Moment mal, das, was im Mainstream gezeigt wird, das ist ja vielleicht nicht alles immer genauso richtig. Das heißt, ich muss immer die andere Seite auch mal sehen. So, und dann ist es praktisch ein Abschweifen, weil der eigentliche Grund ist ja mein Grundkern, dass ich versuche, dass die Menschen so viel Erfolg haben wie möglich. Das heißt, mit dem Körper, mit finanzieller Freiheit, mit besseren Beziehungen, mit einem guten Mindset, finanzielle und emotionale Freiheit, wie man investiert und diese ganzen Sachen. Das ist ja das eigentliche Ziel. Aber dann, wenn ich zum Beispiel abschweife, wie mit den ganzen Kriegsgeschichten oder wie zum Beispiel im Finanzmarkt, dann habe ich ja über ein Jahr nur Krypto-Videos gemacht. Also wirklich nur. Weil mich das gerade interessiert hat. Und weil ich gerade gedacht habe, okay, da habe ich jetzt Bock, richtig Gas zu geben. So, und dann habe ich aber nach einem Jahr immer wieder die Frage bekommen, und zwar jeden Tag. Ja, Cecil, ich gucke seit einem Jahr deine Videos mit Bitcoin und so. Cecil, ich habe jetzt entschieden, ich möchte auch Bitcoin kaufen. Wo soll ich das denn kaufen? Da denke ich, und das kam jeden Tag. Und da denke ich, wenn ich ein Jahr lang Videos mache und in einem Jahr haben die sich noch nicht das Wissen angeeignet, wo ich das überhaupt kaufe. Also nicht mal das. Einfach googeln. Was bringt das meinem Zuschauer? Das bringt ja nichts. Und in jedem Video habe ich immer vorher gesagt, ja, pass auf, denkt an eure Gesundheit, denkt daran, dass ihr könnt es nicht beeinflussen. Ob Bitcoin jetzt hoch, runter geht, egal. Ist völlig Banane. Weil du kannst es ja sowieso nicht beeinflussen. Du kannst dir ein Business aufbauen und dann kannst du damit in der Zeit, wo du denkst, geht Bitcoin vielleicht hoch in den letzten vier Jahren. Sagen wir mal, vor 2020 war der Preis genauso wie jetzt. Dann mal hoch, runter, hoch, runter und jetzt ist es genau wie jetzt. Und? Wenn du 10.000 Euro da investiert hast 2020, danach ist es runtergegangen, jetzt wieder hoch, dann wieder runter, jetzt wieder hoch und jetzt ist es immer noch genau da. Und was jetzt? In vier Jahren, wenn du dir ein Business aufgebaut hättest, du hättest ja in vier Jahren jetzt schon richtig viel Geld verdienen können. Richtig viel. So, und das wäre was, was du kontrollieren kannst. Das heißt, ich habe zwischenzeitlich immer mal, ich drifte immer dazu ab, ja, über Sachen zu sprechen, die auch relevant sind, die auch sehr wichtig sind, damit man das gesamte System versteht, aber die dir nicht in dem Sinne helfen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Nächste ausbricht oder wenn wir in einer sehr großen Gefahr sind, dann werde ich auch wieder darüber berichten. Aber ich will es immer nur so halten, dass die Menschen einen Schubs kriegen und wissen, oh, Moment mal, das ist ja ganz anders. Moment mal, Biden ist vielleicht nicht der beste Kommunikator im gesamten Weißen Haus und er ist nicht der beste Kommunikator aller Präsidenten jemals. Ich meine, das sagen die, das sagen die. Und dann hat er die Debatte mit Trump und er so und alle so, wir wissen, CNN, wir wissen, wir wissen überhaupt nicht, was ist denn heute mit ihm los? Heute? Und alle so. Normal ist er nicht so. Und alle so sagen, habt ihr irgendwann, wie geht das? Also ich werde immer einmal kurz dahin pushen, dass diese ganzen Sachen aufgedeckt sind, aber der Grundkern ist immer für jeden so wichtig, dass wir selber besser werden. Es ist egal, ob 75% in den USA übergewichtig sind. Völlig Banan. Wenn ich zufrieden bin und ich ein 8-Pack habe, ist doch egal. So, es ist egal, ob in den USA 60% der Menschen nicht mal 400 Dollar auf dem Konto haben. Es ist egal, ob der Aktienmarkt einstürzt. Wenn ich eine Einnahmequelle habe, wo ich jeden Tag richtig viel Geld verdiene, dann ist es doch egal. So, das heißt, ich kann am meisten helfen, wenn ich jedem einzelnen Menschen helfe. Und darauf werde ich mich wieder mehr konzentrieren und ich denke, dass mit so einem langen Podcast oder Video hier ist das, glaube ich, ein ganz guter Start. Perfekt. Danke für deine Zeit und ich freue mich auf deinen neuen Content. und ich freue mich